Okay, ich hatte mal wieder Bock auf eine Runde Frostpunk und wir haben den, ähm, beziehungsweise ich habe den Bildermodus noch nie ausprobiert. Ist ein bisschen laut, Moment. Okay, jetzt geht der Ausstark ein bisschen runter, aber ich glaube wir gehen noch ein Stück. Okay, ja, die ist generell ein bisschen laut. Also dieser Transition-Effekt, der sorgt für einen richtig heftigen Ausschlag. Anyway, Endlos-Modus, Konstrukteure, habe ich noch nie gemacht. Ich habe zwar das, ähm, Last Autumn gespielt, das Szenario, aber nicht, ähm, noch nicht Konstruktoren wird es im Endlos-Modus. Ähm, ja, was wollte ich gerade noch gesagt haben? Genau, ich habe es mal auf Deutsch gestellt, ich spiele es normalerweise auf Englisch, aber jetzt für den Stream wollte ich euch das nicht zumuten. Ich bin mal gespannt, wie gut die Übersetzung ist. Wir spielen auf Ebene, weil wir einfach da mega viel Platz haben und nicht eingeschränkt sind. So, wir haben natürlich auch noch so Sachen wie, wo ist es? Nicht die? Es gibt ja noch die eine, wo man die Brücken bauen muss, die habe ich auch noch nicht gespielt. Hier, Gräben. Aber das würde ich jetzt nicht komplett blind machen wollen. So, wir bleiben auf Mittel. Man könnte auch schwer vielleicht machen, aber ich finde, Extrem ist leider sehr stark darauf ausgelegt, dass man, ähm, dass man Exploits nutzt. Das finde ich ehrlich gesagt nicht gut designt, aber wir machen zufällige Bedrohungen an und Siedlungen an. Und schauen mal, wie lange wir überleben in der ewigen Eiswüste. Bannerjagd, danke fürs, äh, fürs Abo. Schon ein halbes Jahr bei Spanien, es gibt ja noch keine Chinchilla-Cam. Ja, ich muss eigentlich zumindest mal irgendwie ein Chinchilla-Video zusammenschneiden. Ist das ein Rundenspiel? Nein, du spielst, äh, Echtzeitarbeit, es, die Zeit wird in Tagen gemessen, weil dann immer Sachen passieren. Aber es gibt auch Szenarien. So, wir. Schwieriger Start. Der Generator, den wir gebaut haben, ist explodiert. Genau, wir müssen den Generator neu machen. Das Wetter wird in den nächsten 50 Tagen immer schlechter. Wie nennen wir die Stadt, Leute? Und der Ende ist arg. Jetzt geht's aber los. Also, die Szenarien, also, wegen der Frage, Bielefeld ist gut. Wegen der Frage, jetzt sehe ich's richtig, Creative. Man kann die Szenarien in einer Runde durchspielen, wenn's gut läuft. Und es gibt halt den Endlos-Modus noch. Nennen wir es Bielefeld, weil das gibt's ja gar nicht. Deutsche Demokratische Republik. So, was haben wir hier? Wir haben hier schon mal einen Medical Post. Wir haben hier die Ruinen. Stahlruinen. Wir haben hier die Kohlehaufen. Ja, wir haben ja schon ein paar Häuser. Wie viel Zeug haben wir? Äh. Komm. Konstruktionsmonument. Genau, das ist das neue Ding. Das bringt gar nichts. Das ist nur ein, äh, das haben sie zur Promo gemacht, äh, dafür, als sie angekündigt haben, dass das neue, äh, Frostbank kommt. So, also das heißt, Rohstoffe. Wir benötigen eine Sammelstelle. Pass auf, was haben wir hier alles. Wir haben Holzkisten, wir haben Stahlruinen. Wir haben hier die Ruinen, die geben Holz und Stahl nochmal extra. Und es gibt einen Kohlehaufen hier, den sollten wir auf jeden Fall gucken, dass wir den mitnehmen. Das ist okay. Dann. Wir haben auf jeden Fall einen Workshop. Beziehungsweise, wir brauchen sogar zwei. Wie viele Ingenieure haben wir? 25. So, wir brauchen auf jeden Fall eine Straße, und zwar so. Bitte, keine Frage, aber ich hab gedacht, das Spiel wäre so, was wie ein First-Person-Shooter, oder was? Warum? So, wir haben, wir haben fünf Dampfkerne sogar direkt schon zum Start. Das ist krass. So, pass auf, wir brauchen hier. Wir brauchen hier, und wir brauchen da drüben, theoretisch. Wie viele trifft das? Das trifft es nicht. Das heißt, wir machen hier schon mal. Da machen wir gleich, äh, gleich Ingenieure rein. Wir machen direkt zwei, äh, zwei von den Dingern. Dann können wir nämlich durchruzieren mit, äh, mit, äh, Emergency-Shift. So, Anpassung. Notfallschicht. Und dann direkt verlängerte Schicht, weil verlängerte Schicht super OP ist. Vielleicht hat er Frostpunk mit Cyberpunk verwechselt. Das ist gut möglich. So, let's go. Weil Kohle bringt uns tatsächlich noch gar nicht. Warum haben wir mich Kohle priorisiert? Wir haben ja gar keinen Generator. Äh, Generator Ruine kann man auch schon mal, äh, abbauen. Workshop ist bereit. Ach, warte, die brauchen sogar nur, äh, fünf von den, äh, von den. Ich hab sogar im Kopf, dass es zehn waren. So. Ja, die Signalstation ist eigentlich das, was wir zuerst haben wollen. Weil Scouts sind einfach mega die Chats. Komm, wir machen noch direkt, weil wir haben sowieso, und die sind da echt ganz gut aufgehoben, die Leute, weil die da schön safe sind. Dass man die Verwaltung nicht mehr im Nachhinein wechseln kann, stört mich. Ja, ja, dass du die nicht, äh, 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 zurückändern kannst. Äh, ich meine, ja, also ein paar, beim Paar macht es Sinn. Also zum Beispiel gerade bei denen, die, äh, die halt die Grenze überschreiten. Aber zum Beispiel, dass man von Kinderarbeit, ungefährliche Arbeit nicht mehr auf Kinderheime wechseln kann. Ist, find ich, halt mega weird. Oder hier so Sachen wie Suppe und Zusatzstoffe. Aber, und, vor allem, ich find, gerade in Winterheim, wo das ja eigentlich ein Teil der Schwierigkeit ist, dass du halt total die Scheißgesetze hast. Aber ich hab mir so, die Gesetze hat dein Vorgänger gemacht. Wieso kann ich die Gesetze von meinem Vorgänger nicht ändern? Warum ist das, ist das ein No-Go? So, wir haben noch ein paar Sachen über. Geht mir mal hier hin. Und ich glaub, ne, ne Jagdhütte sollten wir schon mal auch bauen. Ist jetzt echt auch erstmal egal, Bro, wir können die Sachen später immer noch verschieben. Aber zumindest so ein bisschen im Vorfeld sollten wir schon uns kümmern, dass wir, ähm, Nahrung kriegen. Ich versteh das Spiel nicht. Ähm, wir sind in einer, stell dir die globale Erwärmung vor, nur umgekehrt. Es friert alles Eiden. Potenziell, weil die Sonne schwächer geworden ist. Also das ist nicht so ganz klar. Und deshalb sind jetzt praktisch die ganzen, also in dem Fall haben wir jetzt, äh, hier eine Gruppe Briten. Also darum geht's primär. Die sind jetzt praktisch in die Arktis geflohen, weil es da so viel Kohle gibt. Und haben da hier diese Generatoren gebaut. Nur unserer ist jetzt halt kaputt. Den müssen wir neu aufbauen und müssen uns irgendwie eine neue Zivilisation aufbauen, die in der Kälte überleben kann. Wir haben jetzt gerade minus 20 Grad und das ist noch. Außerhalb vom, äh, vom letzten Herbst wird es auch nie wärmer als das. So, dann haben wir hier schon mal. Für Forstbahn gibt's auch DLC, ja. Sogar einiges. Ich glaub, wir sollten vielleicht schon mal Sanilitätsstationen bauen. Möchte ich aber potenziell eher hier haben. So, wenn die Signalstationen. Das heißt, das nächste, was wir haben wollen, ist, äh, ich würd' ich grad sogar sagen Heizkörper. Du hast, glaub ich, mal gesagt, das Spiel könnte man jetzt, wo ich weiß, dass es kein Schub ist, das macht das mehr Sinn. Ich hab' mir gesagt, dass dir das gefallen könnte, weil, äh, ja, ne, Revolution der Arbeiter im Last Autumn DLC. So, wir brauchen irgendwo die Beacon, wo können wir die mal bauen? Also, es ist eigentlich egal, wo wir sie bauen können, wo wir sie bauen wollen. Sie können sie eigentlich überall bauen. Tendenziell halt irgendwo. Das kostet uns halt, das kostet uns halt jetzt super viel, äh, viel Holz. Ähm, pass auf, das ist ein Ring, das ist ein Ring. Das ist besser. Kann man den Bürgern Namen geben, ja. Minus 20 Grad klingt nach Kurzhose und Sandalen mit weißen Socken. Wir sind Briten, keine Deutschen. So, Stahlruinen erschöpft, das ist sehr gut, weil dann können wir nämlich gleich, äh, gleich schon mal unsere ersten Scouts losschicken. So, wir brauchen Dächer über den Köpfen. Wir werden jetzt allen eine Unterkunft bieten. Und das sollten wir tatsächlich schon mal tun, weil, ähm, ohne den Generator, um die Sachen aufzuheizen, wird es, äh, wahrscheinlich relativ früh das Problem geben, dass wir, ähm, dass wir Kranke haben. Das Tolle ist, die, äh, Scouts sind ja absolute Chats. Die, wenn die einmal draußen sind, interessiert, äh, die halt Wind und Wetter gar nicht mehr. Die sterben einfach nicht. Es kann nur höchstens passieren, dass, wenn sie krank waren, wenn du sie losgeschickt hast, und sie dann auflöst, dass sie dann auf dem Weg zum Medical Post dir, äh, abnippeln. So, jetzt brauchen wir gerade nochmal irgendwie, ach, 40 Holz. Okay, das kriegen wir jetzt auf die Schnelle gar nicht raus. Ein Sägewerk muss unser nächstes Ding sein. Definitiv. Und wir müssen, ähm, Notfallschicht. Was muss mit dem Essen sein? Das ist doch höchstens eine, äh, eine Taste T. Es gibt, was mit dem Automaten ist, das sind praktisch, äh, schöne Steampunk-Roboter, die Aufgaben erledigen können. Aber das ist halt ein bisschen später erst. Wobei es kann sein, dass wir einen schon relativ früh kriegen können. So, Law O'Clock. Bestes Gesetz im Spiel. 14 Stunden Schichten. Ähm, Moment, ich habe jetzt gerade nicht beide gesehen. Äh, wieso sehe ich im Chat nur? Also, ich sehe im Verlauf beide. Im Verlauf sehe ich beide, aber ich sehe nicht, ähm, Keine Probleme. Ja, aber. Hä? Man konnte doch, ja, man konnte die Namen ändern. Ich bin mir da ziemlich sicher. Und. Eine Theodora wollen wir haben. Ihr könnt ja da mal, äh, schauen. Also, es kann natürlich auch passieren, dass die, dass die sterben. Du sagst also, äh, das ist eigenartig. Das ist eigenartig. 14 Stunden Arbeiten, 14 Stunden Freizeit, 28 Stunden Schlafen, perfekter Tagesablauf. Ja, natürlich. Also, ich weiß nicht, was ihr habt. Heizkörper. So, dann brauchen wir als nächstes, äh, auf jeden Fall das Säge weg. Aber wir haben kein Holz dafür. Da bringt natürlich uns die, ähm, uns die Sonderschicht total viel. Wenn sie sterben, halten wir eine Zeremonie ab. Das müssen wir aber auch noch klären. Was wir mit den toten Leichen machen. Ob wir sie zu Kompost verarbeiten, ob wir die, es gibt sogar Kannibalismus, aber dafür muss man es richtig weit treiben. Dass das, also, dass das, äh, geht. Und wir haben übrigens hier unten die beiden, also, wer es nicht kennt, wir haben hier Unzufriedenheit und wir haben Hoffnung. Hoffnung darf nicht leer werden, Unzufriedenheit darf nicht voll werden, sonst kriegen wir ein Ultimatum, dass wir unseren Shit together kriegen müssen oder halt verbannt werden. So, wer ist alles frei? Wir haben fünf untätige Arbeiter und zehn untätige, ähm, Dinger, ähm, Ingenieure. Die Ingenieure brauchen wir aber tendenziell vielleicht noch für den Medical Post. So, ich hatte vorhin doch noch irgendwo... Genau, die sind gleich durch. Das heißt, wir können nämlich jetzt, äh, Scouts losschicken. Eine K-Gesenke, ein zerstörtes Lagerhaus. Ich, weil Radio Station ist gut, für, ähm, für Dings, für, ähm, Steam-Cores, soviel ich weiß, aber wir wollen das, äh, Lagerhaus haben. So, wir brauchen halt auch langsam mal, äh, das Cook-Haus. Damit uns unsere, unsere Boys und Girls nicht verhungern. Sägewerk erforscht. Was ist denn Stufe 2? Mehr Speer wäre natürlich nice. Aber ich würde eigentlich sagen, das Stahlwerk brauchen wir zuerst. Weil werden das nicht ziemlich... Woraus produziert werden die, werden die Profile gebaut? Das bin ich mir grad nicht sicher. So, ihr braucht ein... Stahlruinen erschöpft, Stahltrümmer erschöpft. Wie ist das? Ist der Heizkörper aus? Na, der ist aus, ist aber auch okay. Moment, brauchen wir nirgendwo die Heizung. Aber es ist gut, dass wir sie haben. So, das Sägewerk. Ja, das zerstört jetzt natürlich ein paar von den Bäumen, die da liegen. Aber das ist jetzt, äh, grad mal verkraftbar. So, Ingenieure konnten die Pläne des Generators aus den Teilen, die sie im Schutt gefunden haben, zusammensetzen. Jetzt können wir mit dem Bau beginnen. Vielleicht sind wir doch noch nicht im Untergang geweiht. Bevor ich schon baue, die Profilmanufaktur und produziere dann acht Bauprofile. Damit kannst du die Schachtkonstruktion aufstellen. Aber beeil dich, denn das Wetter wird in ca. 50 Tagen verrückt spielen. Die Profilmanufaktur... Ach, die muss, äh... Die muss direkt hier gebaut werden auch noch. So, Law Clock. Anpassung. Was können wir alles brauchen? Wir brauchen eigentlich hiervon noch nichts. Aber wir wollen jetzt auch noch nicht, äh... Ich will eigentlich mich noch nicht entscheiden, ob wir auf, äh, Glaube oder ob wir auf Ordnung gehen wollen. Aber ich will jetzt auch nicht das Gesetz verschwenden. Aber wenn wir uns jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt sagen, wir benutzen, äh... Wir wollen eine, äh... Die Kampfarena, dann müssen wir die halt auch bauen. Aber wir können sagen, wir gehen auf Lebenserhaltung. Danach können wir nämlich auf, ähm... Überbelegung gehen. Das ist einfach auch so ein richtig overpoweredes Gesetz, weil es einfach die... Es gibt, kostet uns zwar ein bisschen Zufriedenheit, aber... All unsere medizinischen Einrichtungen haben doppelt Belegung. Und das ist einfach mega mächtig, weil... Doppelt so viele Leute halt parallel zueinander halt... sich heilen können. So, dann haben wir hier Holz. Holz auch gar nicht mal so wenig. So, wir machen schon mal das Stahlwerk. So, und die Profile werden aus Holz produziert. Alles klar. Wir brauchen aber auch noch mehr Unterkünfte, stelle ich fest. Das darf ich nicht vergessen. Aber das ist auch so ein Feature, das Spiel passt, ähm... Das Spiel passt die, ähm... Sachen, die wir bauen, teilweise an der... Hier an dem Platz an, damit keine kleinen Lücken bleiben. Aber manchmal spielt sie das halt echt übel mit. Und jetzt brauchen wir auch mehr, äh... Medical Posts. Oh ja, jetzt geht's los. Eine urdeutschere Lösung kann es doch nicht geben. Ja, hast du schon recht. Das ist, äh... Das ist schon irgendwo sehr deutsch. So, wir brauchen Unterkünfte. Unterkünfte. Ähm... Moment, wo haben wir denn mal jemanden... Ja, ist... Warte. Äh... Äh, ist das richtig? Sehr geringes Risiko, krank zu werden. Sehr schön. Ein Zelt benötigen wir sogar noch mehr. Wie viel Zeit haben wir? Noch sechs Stunden? Das ist... So lang. Boah, ich bin gespannt, ob das rechtzeitig geht. Überfüllung. So, jetzt sollte das aber auch wirklich kein Thema mehr sein mit, äh... den... den Medical Posts. Na, das Versprechen schaffe ich jetzt, glaube ich, nicht mehr, ne? Reißbretter. Da sieht man halt, man kann auch sehr schnell durchkommen. Und es ist halt auch egal, wenn wir es teilweise erfüllt haben. Das haut jetzt fies rein. Rohnahrung, strukturelle Pile, wenn ich das richtig sehe, und ein Dings. Noch ein Zerstör... Ne, ist ein Stahlgemisch, aber die Köpfe später brauchen. Temperatur geht bald runter. Ich weiß nicht, wo der Herr der Name kommt. Nein. so, gleich geht die Temperatur wieder runter. Habe ich ja schon gesagt. So, Stahlwerk. Wo können wir das mal bauen? Wir haben hier zwei... Ich möchte es ja eigentlich ungern schon hier arbeiten lassen, aber langfristig werden wir das Zeug brauchen. Okay, ich kann hier die Arbeitszeit gar nicht ändern. Wanderer kommt von... Wanderer kommt von... Was? Ach, das war, glaube ich, einer von den Patreon-Leuten, ne? Sanitätsstation kriegt die Heizung und die eine Sammelstelle da. Geringes Risiko, krank zu werden. Ich packe mal da die ganzen Dinger an. Das ist okay. Aber im Kochhaus sollten die gar nicht so viel Zeit verbringen. So, Reißbretter erforscht. Was nehmen wir jetzt? 25% bessere Holzkohlenminer erforscht. Okay, das sind die, äh, sind für, äh, Dinger? Für, äh, Holzkohle? Medical Post. Mehr Speer. Brauchen wir aber, glaube ich, warte, wie viel brauchen wir dafür? Fünf brauchen wir. Fünf Worker, das kriegen wir hin. Drei Vierteljacke mit aufknifftbaren. Übergangsjacke. Das ist auch so ein, so ein, so ein typisch deutsches Ding. So, ganz ehrlich, so viele Leute brauchen wir gar nicht dafür. Notfalls packen wir jetzt erstmal grad die Ingenieure hier rein. Aber das Ding ist Scouts, das dürfen nur, äh, Arbeiter machen. Es wird noch einmal die Temperatur fallen und dann wird, äh, einmal die Temperatur einmal die Temperatur steigen. Äh, das mit den Schachtprofilen finde ich jetzt aber gerade nicht so, so günstig. Schutzkonstruktion kostet sechs Bauprofile. Und da wird die Arbeitssicherheit zeitweise. Ach, die Dinger kosten ja auch noch, äh, die Dinger kosten ja auch noch Sachen. Mauerbohrer wollen wir vielleicht irgendwie, ne, ach, keine Ahnung. Doch, eine Kohlemine wollen wir früh haben. So, und du gehst zur Radiostation. Du bist auch gleich am Ziel? Überlebende. Sind, warte, das sind zehn Ingenieure? Ist das richtig? Und 35 Arbeiter. Ja, eskortiert sie zur Stadt. Ist okay. Ist korrekt. Keine Kinder dabei. Das ist natürlich sehr gut. So, wir haben 45 Leute dazu gekriegt. Also brauchen wir natürlich auch fünf zusätzliche Häuser. Was bringen die denn noch alles mit? Holz, Rohnahrung, Stahlgemische. Ist okay. das Ding ist, Atomentons können wir im Moment auch noch nicht bauen. So, das haben wir jetzt auch. Waracke, wir müssen die eigentlich priorisieren, weil wir nicht heizen können. Aber dann heißt, das heißt dann auch, wir brauchen möglichst bald ein Stahlwerk. Besser noch zwei. Wer ist gestorben? Achso, wegen Überarbeitung. Ja, das ist geskriptet. Wir müssen Opfer bringen, um zu überleben, Boys. Der erste Tote. Öh, ja. Wir müssen also jetzt. Ähm, wie sollen wir unsere Toten, ähm, was sollen wir mit unseren Toten machen? Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen einen Friedhof mit richtiger Zeremonie. Dann kosten uns Tote weniger Dings. Oder wir machen Entsorgung für Leichen und machen dann später so lustige Sachen wie, ähm, Organtransplantation und Dünger. Die Toten werden zur Energiegewinnung verbrannt. Das klingt nach, äh, Entsorgung von Leichen. Wir können uns gleich mal gucken, wer gestorben ist. Aber ich glaube, das war ein, das müsste ja ein Ingenieur gewesen sein. Das heißt, keiner von euch. Grube, Friedhof, im Moment würde ich sagen, steht es 2 zu 1 für die Grube. Ich neige auch zu Grube wegen Organtransplantation, weil das einfach, äh, wird auch nochmal, ich glaube, 20 Prozent für unsere Medical-Sachen sind, selbst wenn wir keine einzige Leiche haben. Machen Abstimmung. Ähm, ja, wie ging denn das? Ähm, Grube oder Friedhof? Und ich erlaube sogar Wahlmanipulation. Let's go, Boys! Ich glaube, ich habe noch nie in den Stream selber eine Pole eingerichtet. Was würde das zur Konsequenz haben? Also entweder machen halt ne schöne Zeremonie, dass die Leute halt über den Tod hinwegkommen, dann bestraft uns das halt nicht so bei Unzufriedenheit und Hoffnung. Oder wir entsorgen die Leichen und nutzen sie halt später als Ersatzteillager und beziehungsweise halt auch als Dünger für, ähm, für, für unsere Pflanzen. Der Boot ist gefroren, man kann nicht buddeln. Ja, man buddelt nicht tief, aber durch die Kälte werden die Leichen halt auch schön, äh, konserviert. Also selbst die Toten werden zu einem Rohstoff in diesem Spiel. 4,5 Sekunden. Und die Pole sagt, die Pole sagt einfach 54% für die Grube. Warte, 27 Votes? Creative Element Pole contributed 3200 Channel Points. Ich hab 200 fürs neue Abstimmen verlangt. Was ist da, hab mir jetzt gerade zwei da Leute jetzt den, jetzt den Nutzlosium-Krieg gemacht. Also Mensch, Creative, wüsst ihr euch, dass du so einer bist? Komm, die Grube kann direkt neben die Beacon. Kann man die Grube danach nochmal bauen? Ja. Hi, Burschi, willkommen zum Streamen. Was für eine Serie, meinst du? Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Nahrung. Aber egal, ich komme ja auch noch die Überlebenden, dann ist das ganz okay. so und jetzt hilft selbst der, ähm, selbst der Heizkörper nicht mehr. Baracke erforscht. Pass auf, was kostet das zu upgraden? Wenn man schon 12 Holz pro Ding, das ist zu viel. Ähm, Jäger-Ausrüstung, das gibt uns immer nochmal 5 Rohnahrung pro Ding und Nacht. Das sind 10 insgesamt und dann 20 Mahlzeiten. Anzahl der Leichen 0, ich bin mal gespannt, wie lange das dauert. Kein Respekt für die Lebenden und nur die Toten. Ja. Sieh dich um. Ähm. WTF? Wie viel brauche ich bitte, um hier rüber zu dürfen? Hä, wie Straßen werden gebaut? Ich bin verwirrt. Äh, dann nehmen wir die Straße wieder weg. Du hast ein Problem. Frostbeulen. Äh. Ja. Ja. Wir haben hier leider keinen, ähm, Technologiebaum. So. Treibhaus wäre vielleicht ganz gut, ja. Wir wissen aber auch nicht, wie viele Leute von, äh, da gleich krank sein werden. Wir brauchen auf jeden Fall ein Krankenhaus später. Hm. Aufrüstung für Sägewehr, komm. Mach mal. Wir haben 15 arbeitslose, Genau, ihr geht hier hin. Die arbeiten nachts, die Jäger. Das, äh, nur zur Info. So, die sind zurückgekehrt, die bringen Nahrung mit. Ähm, ihr geht zur Schneedüne. Ich weiß gerade nicht, was da ist, aber okay. Oh, 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 ja. Ja, ihr habt, äh, ihr habt gut, die haben gut, kranke Leute mitgebracht, die wir unterbringen müssen. Ähm, Anpassung. Wir brauchen irgendwas, was die, ähm, Organtransplantation. Kranke genesen schneller. Das erhöht das nämlich direkt auf, äh, 120% Effizienz. Hier. Und jetzt bei dem Krankenstand, den wir haben, brauchen wir das umso mehr. Keine Arbeitskräfte verfügbar. Was? Warum? Haben wir nicht gerade gefühlt 10.000 Ingenieure bekommen? Ähm, ich hab das Gefühl, im Moment benötigen wir nicht groß, ähm, wir rotieren einfach nur durch den Dings durch, durch den, durch die beiden Werkstätten. So, Aufrüstung für Sägewerke erforscht. Dann machen wir jetzt Zeichenmaschinen. Genau, und ihr könnt so, und dann machen wir den, und dann haben wir, sind alle Kranken versorgt. Wir brauchen aber auch eine Kohlemine, damit wir unsere, 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 ähm, Heizkörper langfristig laufen lassen können. Ähm, wie sieht es aus? Wie viel verbrauchen wir? Wo ist es? Wir müssen, glaube ich, auf die Stockpiles klicken, ne? Nee, hier. Kohlegewinn, 162 verbrauchen wir, das sollte die Mine, die Mine locker hinkriegen. So, wir haben gerade unseren ersten Dampfkern verbraucht, das ist okay. Fun fact, title ist, das ist ein Käft nach dem Tod, durch, weil, frier mal ausgenutzt. Äh, noch bist du drei Tage tapfer weiter, bis die Munition ausgeht. Hashtag Epic Last Strike. Ein Burger, äh, ein Burger bitte Korra nennen. Moment, jetzt zwei? Oder soll ich einen refunden? Ähm, wo sind meine Leute? Auswählen. Du bist da bitte ein Burger, äh, der nicht stirbt. Ein Burger, Leute, ein Burger, der nicht stirbt. Korra Nummer 1. Jane Darcy, du bist ab jetzt Korra Nummer 2. Und du wirst Korra Nummer 3. Kohle und Stahl, aber das ist nicht so geil. Wir brauchen auf jeden Fall schnellere Scouts. Wir haben noch keinen Wanddrill, das ist okay. Hä? So, das, das, Leute, ihr müsst auch die, die Straße bauen, damit, äh, die Jagdhäuser arbeiten können, sonst funktioniert das nicht. Wir haben hungrige Leute. Ah, wir haben so viele Leute, die gerade schon krank sind. Die Leute hassen mich gerade richtig. Ich kann auch gerade nichts tun. Wie sieht's aus? Sechs Stunden, fünf Tage, bruh. Wir hatten die Krankheitssituation unter Kontrolle. Ja, okay, jetzt wird's wärmer. Jetzt wird's wärmer. Hat das auch einen Einfluss darauf, wie schnell die Leute sich erholen? Ich glaub nicht, ne, nur wie schnell sie krank werden. Wir dürfen auf jeden Fall nicht erlauben, dass noch mehr Leute krank werden. Wir brauchen eine richtige, ähm, Krankenstation, aber dafür brauchen wir erstmal das Upgrade. Ihr wisst, was ihr zu tun habt, Boys. Ähm, wo können wir noch Leute sparen? Hier, die brauchen wir nicht. Und dann können die nämlich dahin. Und dann können wir nämlich auch für Nahrung sorgen. Lass uns die Leute zumindest nicht verhungern. Die Nöte der Frauen. Eine Frau sitzt an der Schneegrube und hält die Hand ihres Mannes, während sie bittere Träne vergisst. Vielleicht hätte man ihrem Mann ein ordentliches Begräbnis zugestehen sollen. Er wird auch sonst als beerdigt. Ehrlich, Unzufriedenheit steigt leicht an. Oder die Hoffnung sinkt leicht. Ja, komm. Unzufriedenheit kriege ich notfalls noch eher weg, als dass ich die Hoffnung hochkriege. Ich soll einen Bürger nach mir benennen. Moment. Wir nehmen mal das Kochhaus. Ziemelvieh, Jenny. Da. Ich würde nicht, ich würde dir schon mal sagen, ich finde es äußert schön, dass du auf einmal umgekehrt einen Verlobten zu haben. In meiner Umgebung gibt es nur Trott, die das nicht gut heißen und ich hasse das. Ja, kommt man leider nicht dran vorbei, ne? Das Holz. Wir haben leider gerade keine Arbeiter übrig. Unsere Medical Posts werden aber gleich noch mal ein bisschen effektiver. Und wir kriegen das Krankenhaus. Wir brauchen langsam irgendwas, was uns Hoffnung gibt. Neuer Orientierungspunkt Steinkreis und rotes Zelt. Ich vermute, ich glaube, das sind beides Überlebende, ne? Aber das rote Zelt ist näher und ich weiß nicht, ob da vielleicht auch eine höhere Chance besteht, dass da Ingenieure sind. Okay, wir haben die Krankheitssituation unter Kontrolle. Sind jetzt alle in Behandlung und in Behandlung verschlechtert sich ihr Zustand nicht mehr. Also sie verrecken uns nicht. So, Boom, Boom, Boom. Es wird langsam schwierig mit der Unzufriedenheit. Aber im Falle eines Ultimatums kann ich einfach sagen, ich mache die längeren Schichten kurz weg. Bisschen stressig das Spiel. Ja, und das ist nur der normale Modus. Arbeitsverweigerung. Mann, der hat einen Notfall schlicht zugewiesen, wo er sich geweiht zu arbeiten. Er hat keine Kraft, er hat nichts, wie sein Freund enden möchte. Ja, komm, lass ihn ausruhen. Ich meine, er ist ein Forscher, es wird nicht viel bringen, wenn er sich zu Tode arbeitet. So, Wärmedämmung Gesundheitssystem, Jagdtaktiken. Jagdtaktiken wäre gut, weil das auf jeden Fall dann weniger Dinger braucht. Weniger Leute. Wir haben jetzt ein paar Möglichkeiten. Verbesserte Heizkörper, pass auf, wie ist unsere, unser Stand mit Kohle? 234 brauchen wir pro Tag. Was kann die Mine leisten? Die Mine leistet, glaube ich, 280 oder 240. Ein bisschen mehr wegen der erhöhten, ähm, 240. Plus 40 Prozent. Ja, wir können nicht dauerhaft damit auf, äh, auf Heizung damit gehen, aber es ist okay. Dampf, Sägewerk bringt es halt gar nicht. Der Mauerbohrer ist echt das, was wir brauchen. Äh, Dampfstahlwerk wäre gut, wegen, äh, auch, weil es, ich weiß, auch automatisch bessere, ähm, bessere Dämmung hat. Ähm, ich würde sagen, Dampfstahlwerk und dann, ähm, ja, mal gucken, Krankenhaus wäre auf jeden Fall vielleicht mal ganz wichtig. Weil die können auch die Schwerkranken behandeln. So, Zweck. Jetzt muss ich wieder eine Pole machen. Jawohl, und zwar Ordnung oder Glaube? Boah, ich kann gerade eurem Chat auch gar nicht folgen. Also, das Spiel erfordert gerade richtig meine Konzentration. Das bin ich auch nicht gewohnt, ehrlich gesagt. Leute, das spielt die Mission immer auf schwer. What? Auf Frost, bei Frostpunk doch nicht. Ich bleibe auf keinen Wettbeet mehr mit euch, weil ihr schummelt. Du dürftest doch eigentlich auch nicht so wenig Nutzedur Besitzung besitzen. Ordnung. Ja, wäre jetzt tatsächlich auch mein Gedanke gewesen, aber wir haben jetzt die Krankenhäuser. Du kriegst eine Alternative davon bei Glaube, was keine Dampfkerne braucht, aber ja. Ähm, so. Ja. Ähm, pass auf, dich reißen wir ab. Wir bauen eine eine Baracke, um das zu kompensieren. So, was haben wir hier? Überlebende. Zehn Kinder, zehn Ingenieure und 24 Arbeiter. Sehr schön, die totale Ordnung. Wieso Ordnung davon den Spinny Kult? Den Kult kannst du so oder so aufbauen. Deine längere, erst längere, letzte längere nach. Äh, ich hasse, dass das mein Scrollrad nicht funktioniert. Moment. Du hattest das Pärchen in der Küchenberatung, aber dann, das habe ich noch gesehen. So. Ich gehe mal davon aus, dass gleich noch Kranke reinkommen. hier machen. ein paar von den Heizkörper machen wir an. Wir müssen anfangen, dass wir den Generator aufbauen. Ja, schon die andere Seite mehrere Leute hat, die dafür bieten, kann man als Einziger nicht mit dem Bieten hinterher. Wer sagt denn, dass du das alleine machen sollst? So, Dampfstahlwerk. Wärmbedämmung im Gesundheitswesen wäre vielleicht ganz sinnvoll, aber ansonsten würde ich glatt sagen, die Jagdtaktiken, dass wir auch da weniger Leute haben oder fliegende Jäger. Aber wir brauchen mehr Leute, darauf läuft es hinaus. Arbeitsunfall. Einer unserer Arbeiter in der Profilmanufaktur hat sich schwer verletzt. Wir können diese Gesundheitsgefahr nicht länger ignorieren. Von nun an überwachen wir die Sicherheitsstufe jedes Arbeitsplatz ist auf der Baustelle. Ist die niedrig, akzeptiert die dort arbeiten. Ist die sehr niedrig, können sie sogar verletzten werden oder sogar sterben. So, wenn gleich das durch ist, genau, und jetzt können wir das Dampfstahlwerk bauen. Das hat auch direkt wie gesagt eine größere Isolierung. Das ist ganz gut, wobei es geht einmal runter und dann wieder rauf. Nahrung für Überstunden. Ja, machen wir. Auf der Grundlage, dass dann da niemand mehr verreckt. bei. So, wir benötigen jetzt nicht mehr, wo haben wir überall die Medical Posts? Wir brauchen den hier nicht mehr. So, da. Ja, geh weg. Das ist manchmal echt nervig, dass man nicht noch ein paar Sekunden warten kann, wenn man schon ein Gebäude resultiert hat. Leerer Schutzraum, Industrieruinen. Wir brauchen auf jeden Fall auch schnellere Scouts. Wir brauchen alles, kurz gesagt. So, unsere Boys kommen gleich an. Wir haben 33 Leute, die Dinger brauchen, aber es ist okay. Wir haben jetzt Baracken. Das mit dem Wachtürm ist okay. Hoffnung steigt. Wir haben hier ein Krankenhaus, das sich jetzt doppelt so schnell um 20 Leute kümmern kann. Ja, 20, wollte schon sagen. Das ist geupgradet, das heißt, Stahl ist auch kein Thema mehr. So, ihr, nee, nicht zum Steinkreis, weil da sind Überlebende, das ist jetzt schon gerade sehr kritisch. Wir haben kein Holz mehr. Wir brauchen langsam mal den Wandbohrer. Wie viel, äh, Kohle kriegen wir rein? Zu wenig. Aber gut, das ist jetzt auch gerade, ähm, okay. So, wir brauchen da keine Heizkörper mehr. Okay. So, das hier, müssen zumindest, müssen wir das fertig haben. Bevor der Sturm hier trifft, sonst wird das zurückgesetzt. In drei Tagen, sechs Stunden. Das ist auf jeden Fall zu wenig. Die Jagd-Taktiken werden gleich fertig. Zehn gehen dann da rein. Lüftungsanlage. jetzt geht's nicht aber wieder los bei euch. Äh, Lüftungsanlage. Leichtere Sperrschlitten wären gut. Alle brauchen den Mama-Bohrer. Pass auf, wie viel Nahrung kriegen wir überhaupt rein? Heizkörper ist an. Was ist hier los? Wieso? Die Ingenieure sind alle in Behandlung. Bruh. Das liebe ich halt, wenn der, dann der Zeitplan von den Leuten, die so im Weg steht. Der Vorstehen Sturm gefährdet unsere Arbeit am Generator. Wenn er trifft, geht der Vorstand der aktuellen Phase verloren. Wir können den Bau beschleunigen, um fertig zu werden. Wenn wir Sturmschaffen ist die abgeflossene Phase sicher. Genau, aber wenn wir das machen, dann kriegt der, ähm, okay, seid bis zur Fertigstellung ein Tag, das ist okay. Es gibt sogar ein Achievement, wenn man das, wenn man das halt über allen Phasen macht, dass man praktisch rusht. Verschneite Dreadnought. Da gibt's tendenziell, äh, Dampfkerne. Wir haben nochmal ne, nochmal ne Dings und da machen wir jetzt weg. Wachstation. Vorarbeiter, oder? Vorarbeitest, dass das alles, äh, mehr, alles schneller ist. Morgenversammlung für mehr Hoffnung. So, einige werden gleich auch gesund. habe ich denn vorhin die Leute reingesteckt, verdammt. Okay, jetzt kostet uns ja, äh, das Essensration, das heißt, das geht gar nicht. so, jetzt brauchen wir langsam die fliegenden Jäger. pinken Gleichheitsbewegungen, ich habe nicht genug Leute davon überzeugen, mitzumachen, das Mini wurde ver- was? Ich wollte nicht genügend Leute davon überzeugt, die hat aus dem Versuch, es hat einen Personenkund um sich umzuwandeln, daher will ich diese Bewegung nun verlassen. Oh, das ist aber gerade der Plot-Twist, schlechthin. Schnellere Scout-Schlitten wären gut, weil ich glaube, ja, die werden noch bald, äh, durch müssen. Ähm, so, wie viel, wer hat jetzt, hat mal irgendwer gerade keine, keine Patienten. Du hast keine Patienten, du hast keine Patienten und dann geht ihr hier rein. Giftgase. Wir haben ein Problem, wir sind auf, wir haben genug Probleme, oder? Wir sind auf der, auf der gesamten Baustelle und auf eine gefährliche Konstellation von Giftgasen gestoßen. Die Arbeiter können krank werden, wenn sie sie einatmen, wenn sie müssen weiterarbeiten. Wir haben keine andere Wahl. Die Gase strömen tief unter der Erde aus und der Giftpegel ändert sich ständig. Wir bewachen das und formieren sich für uns in den Stunden im Voraus über sämtliche Veränderungen. Das Arbeitssicherheit fällt um eine Stufe. Ja, das heißt, dafür brauchen wir dann langfristig die, äh, diese Turbinen. Richtig ist eingreifen. Ein Kind ist so öfters Baugürst geklettert hat. Es rutschte ab und fiel, aber glücklicherweise war ein Mitglied der Nachbarschaftswache dort auf Patrouille und konnte es auffangen. Mensch. Können wir noch irgendwo eine Kohlemine bauen? Wir werden mehr Kohle benötigen. Und dann haben wir aber auch schon keine Stahlkerne mehr. Ähm... Rohstoffdepots wäre nochmal ganz gut. Leichtere Speerschlitten erforscht. Danach werden wir eigentlich schon verbesserte Heizkörper brauchen. Weil sich jetzt halt gerade anbietet, die besseren Forschungsdinger zu machen. So, Zweck. Vorarbeiter. Nee, hä? Das ist aber nur Fähigkeit. Mit den Essensrationen. Organisches Düngelmittel bringt uns gerade noch nichts. Wir können aber eine Kampfarena bauen, um unseren, äh... damit unsere Leute sich gegenseitig die Köppe einschlagen können. Dampfkerne. Dampfkerne. Drei Stück. Okay. Ist okay. Alles klar. Wir können ausflippen mit den... mit den Dampfkernen. Ich finde es gerade toll, wie der Chat gerade, äh... komplett in... in den Wahn verfällt. Hoffnung steigt. Stahl- und Stahlgemische. Wie viel Zeit haben wir, bis der Sturm uns erreicht? Wie viel Zeit braucht ihr bis dahin? 13 Stunden. Es ist Tag 10, Tag... Ah, es könnte knapp werden. Nee, ihr kommt zurück. Wir haben elf Leute, die hungrig sind. äh... brauchen die fliegenden Jäger, aber die bringen uns halt auch nichts, soweit der Sturm losgeht. Ja, auch wenn der Sturm nur einen Tag dauert. Okay, es wird nochmal wärmer. Sturm am Horizont, das ist okay. wäre wichtig, dass wir unsere Stadt aufrüsten. Wir haben schon ein paar Baracken. Wir müssen ungefähr 18 Häuser upgraden. Das kostet uns dann... eigentlich zu viel, ne? Das Wetter wird nur schlimmer. Noch Kartenrechner. Wir machen verbesserte Heizkörper und vielleicht schaffen wir dann sogar noch, dass die Heizkörper wieder nur einen Kohle kosten, aber dann zwei Stufen Temperatur geben. Unzufriedenheit steigt leicht an, interessiert mich nicht. Hoffnung ist gar nicht ein Problem. Verwässerte Heizkörper erforscht und bitte noch Heizkörpereffizienz hinterher. Dafür brauchen wir keine Notfallschicht, oder? Sogar... Okay, sogar Nahrung habt ihr mitgenommen. Sehr gut. Ihr habt nur noch einmal die Chance... Äh... Speichern mal. Äh, ja. Sie haben noch einmal die Chance, ihre Nahrung zu sammeln. Hoffen wir mal, dass das dann genügt zusammen mit den Vorräten, die sie jetzt gefunden haben, aber zumindest kriegen wir jetzt schon mal die Baracken. Anpassung. Duell gesetzt? Nein, ich möchte nicht, dass die sich gegenseitig alle abmauksen. Ein Wirtshaus. Hoffnung steigt leicht an. Das ist im Moment auch durchaus erforderlich. So, das ist durch. Ähm... Ähm... Und wir bauen noch ein Krankenhaus. Jo, das ist es. Dann können wir durch die beiden letzten Medical Posts auch loswerden. Jetzt Körfereffizienz erforscht. Sehr nice. Oh ja, das ist sehr gut. Das ist besser sogar, als noch eine zusätzliche Mine zu bauen, weil, äh... Mehr als... Gibt 150% mehr für die gleiche Arbeitskraft. Gleiche Investition an Stahlkern als zwei, äh... Separate Minen und es erhält nochmal eine erhöhte, ähm... Isolierung. So, und das wird's aus. Medical Post kann auch weg. Und dann gehen wir hier mal wieder auf, äh... Voll. Ähm... Pass auf, wir benötigen mal wieder ein paar von denen. Aber gleich langfristig wollen wir ja die, äh... verbesserten Profile haben. Die gehen nochmal eine Runde. Ähm... Zweck. Wachstation. Mit Wachen kannst du Proteste auflösen, so. Wir haben gerade sowieso so unfassbar viel. Vor allem, äh... Baumaterial. So, und jetzt benötigen wir auch unbedingt die Heizkörper. Moment, sind sie aber auf ihrer Arbeit tatsächlich besser aufgehoben, weil dort Heizungen existieren. Okay, wir haben jetzt rohe Nahrung, die wir nicht... Ja, super. Wir müssen handeln. Ja, jetzt haben... Haben wir unseren ersten Fall von Gefrierbrand. Wir können unsere Leute nicht behandeln, weil, äh... Selbst mit dem, äh... Mit den, äh... Verbesserten Heizkörpern wird's nicht besser. Ja. Ja, wir machen drei Tage überall die regulären Schichten. Auf der Grundlage, dass wir jetzt sowieso gerade nicht das Problem haben, dass die Rohstoffe zu krass sind. Dampfkohlemine. Dampfmarmorbohrer ist... Genau, der war nicht so geil. Also, der bringt 40 Holz mehr... ...für den zweiten, äh... Dampfkern. Optimierte Materialien. Ja, das wird fies. Wir werden auf jeden Fall Leute verlieren. Wir haben jetzt drei Leute... Ach, du Scheiße. Wir haben jetzt drei Leute, die Körperteile amputiert werden mussten. Wir können noch keine... Wobei, doch, wir könnten schon eine Fabrik bauen. So, der Sturm ist vorbei. Verlorenes Fahrzeug. Zerstörte Sternwarte. So, wir machen mal ein bisschen mehr Platz. Wir benötigen nicht mehr... ...überall die Heizkörper. Pflanzenpfeule. Zum Glück haben wir nicht auf, äh... ...Hothäuser gesetzt. Eine Siedlung wurde entdeckt. Das sollten wir vielleicht, äh... ...auschecken. Aber das war jetzt gar nicht so schlimm, wie ich dachte. So, ich hab gedacht, wir kriegen jetzt richtig Stress. Aber, nö. So, sobald die... ...vermesserten Materialien gemacht sind, können wir nämlich auch... ...mit den Strukturprofilen arbeiten. Weg. Ähm... Wie wär's mit... ...Propagandazentrum? Patrouille. Patrouille. Ja. Ja. Dann können wir nämlich für 10 Essensrationen Unzufriedenheit senken und Hoffnungen erhöhen. Da drin ist ein Twitch-Tail überhaupt... ...was, Leute? Ähm... ...was ist der nächste Schritt für den Generator? Die... ...Turm-Pumpen. Dafür brauchen wir Dampftauscher. Da sollte man dann auch direkt die... ...besseren Dinger produzieren. Ach ja, stimmt. Wir sind ja im Moment auf den... ...verringerten... ...auf den verkürzten Schichten. Aber das ist okay. So, aber jetzt upgraden wir noch die Kohlemine. Dass wir uns auch da keine Sorge mehr machen müssen. Wir müssen dann auf die fliegenden Jäger gehen. Wir brauchen die Nahrung. Wir brauchen der Straßen. Eine Gruppe von Druckern hat die Ruhe gestört. Sie haben sich geschubst, ob sie in die Töten gebrüllt... ...und Frauen auf der Straße blästigt. Unsere Wachen sind eingeschüttet und haben die Trunkenwolle festgenommen... ...bevor noch mehr passiert ist. Lass sie ausnüchtern oder bestraft sie. Hoffnung steigt leicht an. Einwohner könnten verletzt werden. Die Unzufriedenheit sinkt leicht. Ha. Komm, ich lasse das euch entscheiden. Ja. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Woher haben die den Alkohol? Die Leute kriegen immer Alkohol. Und wir können auch noch ein Gesetz machen, dass... ...dass Mondschein hergestellt wird. Aber ich bin jetzt leider ein bisschen... ...also ich habe am Rande mitbekommen, dass immer noch die... ...die pinke Bewegung debattiert wurde im Chat. Und es da zu einigen Wendungen kam. Aber ich kann tatsächlich den Chat nicht so ausgiebig lesen... ...wie ich es sonst tue. Chat sagt, wir lassen sie ausnüchtern. Mit einer Zweidrittelmehrheit. Zerstörte Sternen... Uh, Stahlgemisch. Die werden wir später bestimmt noch brauchen können. Hier ist die Siedlung mit den Hot Springs. Ja. Potenziell nützlich. Okay, ich glaube, wenn wir die... ...wenn wir die Schicht aktivieren, dann... ...ist die Notfallschicht. Abgesehen davon, dass wir es gerade nicht können. Äh... ...dann... ...mess das mit dem Ausruhen auch... ...auf sich warten. Also das wird dann auch getriggert, dass das nicht mehr... ...nicht mehr gilt. Überladung. Fünf Dampftauscher und treibt den Arbeitsschortschritt 10% voran. Die Lüftungsanlage brauchen wir auch. Pass auf, wir müssen hier mal die Straße wegkürzen. Damit wir hoffentlich gleich noch die... ...Bauprofile, hä? Ah, okay. Wir können sogar schon. Heizung ist aus. Können wir irgendwo... ...Einwohner... ...abziehen, die wir nicht mehr benötigen? Hier sind auch noch Holzkisten. Wir können auch einiges an... ...Zeug wegnehmen. Aber wir haben gerade diese Fähigkeit noch... ...wir haben die Fähigkeit noch gar nicht freigeschaltet, dass wir... ...dass wir die Profile nutzen können, um unsere... ...unsere Sicherheit zu erhöhen. Die Winkbewegung, die einzig wahre ist. Bring creative element back to the pink revolution. Was? Sag bitte, dass der Sozialismus besser ist als der Faschismus. Was ich jetzt auf einmal für politische Statements rausfunde. Ja, ein Kind ist zur Wachstation gekommen und hat der Wache einen Stoffhund gegeben. Es hat gesagt, dass sie den Hund mitnehmen sollen, wenn sie nachts auf den Straßen unterwegs sind. Es scheint, dass die Einwohner die harte Arbeit derjenigen zu schätzen wissen, die in unserer Stadt für Ruhe und Ordnung sorgen. Das ist schon sehr süß. Da wusste ich gerade an eine Situation aus der Jugendhilfe... ...Hilfedenken, die ich erlebt habe. Weil eine Maschine verdümmelt. Einige Arbeiter wurden bei der Bedienung einer Maschine schwer verletzt. Angeblich kam es bei dieser Maschine schon öfter zur Fehlfunktion. Doch sie war zu wichtig und konnte deshalb nicht zu Wartungsstracken abgeschaltet werden. Das ist unfassbar, weil die Arbeitssicherheit des Gebäudes pro 4-Mann-Faktor gefährlich ist. Rissiges Eis, verschleute Schlitten, keines Luftschiff. Äh, geh zu den Hot Springs, bitte. Wir können auch noch nichts anfangen, aber wir wollen es zumindest entdeckt haben. Ähm, Schutzkonstruktionen, genau das brauchen wir. Aber wir brauchen Nahrung. Das führt jetzt gerade keinen Weg vorbei. Das heißt, fliegende Jäger. Okay, wir müssen die Leute noch ausruhen. Aber wir brauchen auch mehr Leute langsam. Oder Automatons. Aber die Automatons können wir erst bauen, wenn wir, ähm... Können wir erst bauen, wenn wir den Generator fertig haben. Pink ist die beste Farbe, wie siehst du das? Ähm, Pink ist okay. Ein Geschenk des Lebens. Erstaunlicherweise leben hier Menschen, die nicht nur ihre eigene Lebenswille anbauen, sondern auch bereit sind, sie zu teilen. Diese Enklabe des Lebens, die sich an ein paar heiße Quellen anschmiegt, wurde nach dem großen Sturm von Menschen aus einer Stadt besiedelt, die durch die Hilfe einer anderen Stadt überlebt hatte. Sie errichtete hier drei Päuser und pflanzte die Samen, um das Geschenk des Lebens weiterzugeben. Ähm, leichter verweist auf die, ähm... Jetzt, wo ich's merke... Auf das, ähm... Auf das Archen-Szenario. Sie gaben uns Nahrung als Geste ihres guten Willens. Sie wollen uns gerne mehr geben im Tausch gegen Hilfe beim Ausbau ihrer Siedlung. Das ist sehr freundlich. Hä? Oh, hier ist eine Situation. Heulenförmiger Felsen. Ach nee, wir können ein Gesetz erlassen wieder. Genau, wir können Schnaps... Wir können ein Freudenhaus, äh... veranlassen. Hoffnung sinkt leicht. Oder Schnaps. Jede Mahlzeit mindert die Unzufriedenheit. Wir können ein Pflegeheim bauen. Ich hoffe, dass wir das nicht benötigen. Wir werden langfristig auch ein Kinderheim noch bauen. Ähm... Wir gehen aber mal auf Vorarbeiter. Dass wir Nahrung in Produktivität umwandeln können. Make Pink Great Again. Warte, was soll ich zur Abstimmung bringen? Transportdepot. Ja, das sollten wir vielleicht schon mal bauen. Und die Lüftungsanlage sollten wir schon mal errichten. Versprechen gehalten? Jawohl. Das heißt, ab jetzt... ist vorbei mit dem... mit... äh... mit der... einfachen Arbeit. Ab jetzt... wird hier wieder richtig angepackt. Boys und Girls. Und alle, die sich diesem Geschlechter nicht zugehörig fühlen. Schnaps oder Puff? So weit sind wir noch nicht. Ich stecke doch Quältefälle mit dem Kindergarten, damit er zum... wieder zum Pinkismus erzogen wird. Ähm... Aber da müsste man... Ja gut. Aber wir zwingen doch kein Kind, eine bestimmte Farbe zu tragen. Das kommt, wenn, von den Eltern. Das ist... Das ist gerade deine eigene 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 Schlechter. Oh Leute. Kampftauscher. Das ist nett. Verstreute Schlitten. So. Fliegende Jäger sind erforscht. Die fangen aber jetzt an zu arbeiten. Das heißt, jetzt sollte ich sie nicht upgraden. Ähm, wir sollten auf jeden Fall mal ein paar... Pass auf, ihr arbeitet sowieso nicht. Warte, ihr seid... Ihr seid Dinger, ne? Ihr seid, äh... Ja... Mechanisierung des Krankenhauses... Haus. Neuer Häuserentwurf wird uns dann wahrscheinlich noch nichts bringen. Überladung erforschen wir mal. Also auf ihr geht... Warte, was gibt der... Der Wandbohrer? Der Wandbohrer schafft... 160 Holz. Das Sägewerk schafft 80 Holz. Das heißt, es ist eigentlich nicht worth... Moment. Also eigentlich kann ich das Sägewerk inzwischen abreißen. Ich habe noch nicht die Fähigkeiten mit den Profilen. Kollenwärmiger Felden. Blaue Dünen, zerstörte Mine, Samtpflaster. Oh, warte, die zerstörte Mine ist, glaube ich, äh... für die Mine mit den Kindern. Moment, ich muss mal den Chat nachlesen. Ich möchte kurz anmerken, dass Spinny definitiv auf der bunten Seite ist. Er zerstört alle Farben, was gegen die Ideologie der Pink Gleichheitsbewegung spricht, außerdem ist er selber auch nicht pink. Äh... Was wir hier für Twists gerade erleben. Zweck. Bringt uns gerade noch nichts. Anpassung. Können wir da noch irgendwas machen? Äh, ja, wir können Kinderheime bauen und dann Medic Apprentices, das wäre ganz gut. Wie viele Kinder haben wir? 25. Überladung erforscht. Schutzkonstruktion. Kinderbetreuung ist gesichert. Wenn wir das jetzt auch noch in Deutschland hinbekämen. Überladung. Wie viele Dampftauscher haben wir? Gar keine. Wow. Komfortabel. Schutzkonstruktionen sind erforscht. So, und jetzt, wo die Dinger, wo die hier zu Hause sind, können wir das upgraden. Das kostet vier, nur noch vier Bauprofile. Maschinenwerkstatt. Lüftbusanlagen. Lüftbusanlagen. Gießerei. Äh, wir machen aber gerade mal die Differenzmaschine. Oh, shit. Aber wir haben... Das ist okay. Wir haben genug Dinger. Wir haben genug Plätze in den Krankenhäusern. In London war es üblich, dass nur die Reichen ihre Kinder nicht zur Arbeit schickten. Aber diese neue Welt, für die sie hier streiten, ist ja nicht big für uns alle. Ja, wir haben bessere Kinderbetreuung hier. Das ist ganz gut. Dampfkerne. Hello. So, und zurück mit euch. Bringt sie her. Anpassung. Können wir noch irgendwas? Genau, wir können nämlich jetzt Sanitätslehrlinge. Kinder aus Kinderheim helfen in medizinischen Einrichtungen. und steigern die Effizienz. Wie hoch geht es dann? Okay, das sehen wir gerade nicht. Aber das ist halt... Also es geht entweder das oder auf Forschung. Aber Forschung ist irgendwann halt vorbei. Fortgeschrittene Überladung. Erlaubt es und eine zusätzliche Lichtführungsanlage einzusetzen. Erweiterter Sägewerkradius. Das ist eigentlich uns jetzt auch ziemlich egal. Ausrüstung für fliegende Jäger. Haus. Haus und ein neuer Hausentwurf. Ich will, dass wir die besten Häuser haben, bevor... ähm... ...vor der nächste Sturm uns trifft. Pass auf. Ihr geht hier rüber. Und dann können wir nämlich gleich... Ich glaube nicht, dass wir die andere schon schaffen. Die andere... Sänger. Wobei... Oder? Könnten wir doch? Okay, es ist nicht das, was ich dachte, was es ist. Ich dachte, das wäre die... Aber ich glaube, wir können pro... Zwischen jedem Sturm immer nur eine Siedlung finden. Findest du übrigens so wild, dass wir nicht nur... ...aut... ...automaten haben, sondern auch halt... ...die, äh... ...die Dinger. Die, ähm... Flugschiffe für die Jäger. Warum benutzen die Scouts sowas nicht? Das sind dann so Dinge, die muss man nicht verstehen. Haus erforscht. So, und jetzt noch das Redesign, dass es... ...dass uns die auch weniger kosten. Oh, ja, das ist sehr gut. Wo schicken wir euch jetzt hin? Leerer Zeltplatz. Wundergefrorene Ausgabenstätte. Ich glaube, das ist besser. Was sagt der Präsident? Sollen wir Creative Element verurteilen, weil er die pinke Bewegung verraten hat? Nein. Was soll das bringen? So, die Druckventile sind fast durch. Ähm, pass auf. Wir machen einmal... ...hier... ...die Notfallschicht. Und wir machen einmal hier die Notfallschicht. Und wir machen hier Vorarbeiter. Jetzt sind die mega unzufrieden. Aber wir machen einmal eine Patrouille. Dann geht's wieder ein bisschen runter. Ausrüstung für Fliegen, die Jäger... ...wenn ich, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ortgeschüttende Überladung. Ich würde eher sagen, optimierter Schutz. Wobei, das geht nur auf vier runter. Das erhöht sich nicht auf zwei. So, ich würde tatsächlich sagen, statt der strukturellen Profile... ...wollen wir hier die forcieren, damit wir damit rushen können. Rohstoffe, Dampfkohle, Mine können wir noch nicht. Ja, komm, wir gehen auf Tier 5 Forschung. Dass wir die, äh... Oh, nochmal Steam Cores. Ja. Oh, ja. Dass wir, äh, nochmal die Mine upgraden können. Ist weg. So, brauchen wir ein Propagandazentrum? Ich glaube, ich glaube, die, die pinke Bewegung möchte bestimmt eins haben. Aber ich glaube, wir gehen eher auf Schnaps. So, machen wir mal schön die Heizungen aus. Äh, so. Turmpumpen. Dafür brauchen wir die Wärmetauscher. Mit mir das Risiko, krank zu werden. Komm. Und dann machen wir jetzt die fortschrittliche Kohle wieder. Eine Wutrede. Unsere Wachen melden, dass ein Mann vor einer kleinen Menschenmenge eine leidenschaftliche Rede hält. Er beschuldigt sie, uns alle versklaben zu wollen. Unser Käpt'n will, dass ihr uns, dass ihr zufrieden seid und wir sind unter Kontrolle. Also zufrieden klingt doch jetzt gar nicht mal so schlecht. Wisst ihr noch das neue Armrecht? Die Armhäuser. So leben wir jetzt. Wir sollen arbeiten und den Mund halten. Lasst ihn reden. Also jetzt sollten wir doch nochmal für, ähm, Holz sorgen. Wann hab ich denn, wann hab ich denn hier vom Bandbohrer die alle abgezogen? Verdammt. Wo kann ich Leute abziehen? Hier. Ist mir jetzt egal, ob ich da jetzt gerade Ingenieure inchecke, die viel zu gut dafür sind. Wir haben auf einmal Vorarbeiter. Leute, wir brauchen die Turmpumpen und wir brauchen sie schnell. Wobei, nee, wir haben sogar schon, ne? Wir können sogar schon. Aber... Vortritt ich Kohlemine und dann gehen wir auf, äh, das, das, äh, Russian. Also nicht das Russian, das ist das mit den, mit den Dampfteilen, dass das doppelt so viel bringt. Fortschrittene Überladung. So, wir brauchen mehr Leute. Es führt kein Weg dran vorbei. Schneehütten. Vielleicht sind es ja ein paar Überlebende, die wir assimilieren können. Zurück zum Normalzustand. Ich hab jetzt gerade nicht gesehen, was das war. Aber wir haben zumindest schon mal keinen Mangel mehr an Nahrung. Rohstoffe. Gefährlich. So, warte. Euch benötigen wir nicht mehr. Ähm. Baustelle ist nicht aktiv. Aber gleich ist sie aktiv. Überladung. Sehr wohl. Und das? Und wir machen, komm, wir geben ihnen auch Heizung. Lüftungsanlagen koppeln. Wollen wir da jetzt bin ich einfach nur zocken, wie an Teil uns über die Klingel-Revolution. Ach, das bin ich gewohnt. Da hat, äh, Austria recht. Einzig bei dieser vorgebrochen City war an der Frontruhe. Das stimmt. Eine drüstete Frau. Unsere Wachen haben diese Frau gemeldet, weil sie sie auf ihren Patrouillengängen attackiert hat. Sie hat sie beschimpft und mit ihren Fäusten auf sie eingeschlagen, als sie sie dem herbrachten. Ich wäre auch von selbst gekommen, sagt die Frau. Diese Schweinehunde belästigen mich Tag ein, Tag aus und ich bin es leid. Sie sagen, sie müssen erprüfen, ob alles in Ordnung ist, aber es ist nur eine Ausrede, um mir nachzustellen. Weist die Wachen zurecht. Kein Machtmissbrauch hier. Das darf nur ich. So, wir sind sicher in die Stadt zurückgekehrt. Dann guckt ihr nochmal bei dem Zeltplatz. Also doch, wir kommen gut voran. Also ich habe am Anfang tatsächlich gedacht, es wird ein bisschen kritisch, aber ist alles okay. Wir machen nochmal ein bisschen für Rohstoffe. Wir müssen den, den, den Wandbohrer mal, ähm, erweitern und das hier kommt weg und wir müssen eigentlich die Stadt mal komplett neu designen, aber das können wir eigentlich erst dann so richtig, wenn wir, wenn wir den Generator gebaut haben. To be honest, ich habe schon wieder vergessen, was du im Endeffekt in 15 Minuten machst. Das war was total Offensichtliches. Legeheim. Wir brauchen Prothesen. Gesetze benötigen wir gerade nicht. Luftanlagenkoppelung. So. So. Angetriebene Speerschlitten wären sehr geil. Aber wir gehen beim Mamabora drauf. Wir benötigen mehr Holz. Und dann gehen nämlich die, ähm, die Sägewerke jetzt auch, äh, ist jetzt auch vorbei mit denen. Okay. Dampferwrack und eisiges Labyrinth. Was hast du? Überlebende. Über, okay, das waren jetzt keine, das waren jetzt nur Arbeiter und Dings, aber das ist okay. Wir haben eigentlich genug Ingenieure. Zumindest für den Moment. Ähm. Verdammt, ich habe Sammelstellen gebaut. Ich wollte doch keine Sammelstellen. Ich wollte, ähm, Rohstofflager haben. Hiermit wird verlangt, dass jeder nur noch pinke Klamotten tragen darf. Also wirklich. So was, so was, so was tue ich doch nicht. Vorbildliches Verhalten. Mensch. So, was wir machen können, ist, ähm, wir können noch eine Lüftungsanlage bauen, aber wir haben keinen Platz dazu. Aber es ist okay, wir müssen sowieso ein paar Häuser bauen. Und dann kann nämlich, ach, wir haben ja hier noch, wir haben ja noch Ruinen hier. Ach, da war sogar noch ein Zelt. Okay, passt auf, ihr, wir brauchen keine weiteren Wärmetauscher im Moment. Was ist das, was du direkt hier vom Sammelstellen gebaut hast? Ja, hättest du ja mal was sagen können. Und vor allem, der Dabao. Ähm, aber ich riskiere es nicht. Oder? Wie viel Zeit habe ich noch? Oh, doch ein bisschen Zeit habe ich noch, ne? Ein Tag mit sechs Stunden. Ah, das ist aber auch fies. Da habt ihr 16 Stunden. So, Rohstoffe. Wir brauchen das Rohstoffdepot. So, wir haben eh keinen. Ein Mangel an Kohle. Lange Stunden der Arbeit. Nein, ich mache keine regulären Schichten jetzt. Seid ihr high? Wir brauchen nochmal eine Patrouille. Dann fühlt euch direkt wieder gut. So, fortschrittlicher Mauerbohrer. Und dann. Fortschrittlicher Heizkörper. Okay, du bist im Bielefeld. Ach, die PAF, ja. Das kannst du auch keinem erzählen. So, wir machen mal nochmal Platz für ein bisschen mehr Nahrung. Ah, Kettenfahrzeugkolonne. Das wird aber langsam sehr, sehr eng. Wie lange braucht ihr zurück? 24 Stunden. Ne, das wird auch nicht besser, wenn ihr jetzt noch weiter weg geht. Wir haben einige Kranke, Leute. Ihr könnt wieder hier. Dann macht ihr den. Und wir machen den fortschrittlichen Mauerbohrer. Schützendes Gebäude. Beziehungsweise, wir können gleich Überladung machen. Das Herz des Generators ist fertig. Bauen wir die Stützrahmen. Stahlgemische. Wir haben schon ein paar. Und wir bauen Bauprofile. Wir brauchen für ein... Wir brauchen zweimal Stützrahmen und wir brauchen dafür jeweils 25. Boah. Die sind nicht billig. Die könnt ihr auch mal bauen. Wir machen Vorarbeiter. Sturm am Horizont. Genau, deshalb warten wir mal mit dem Rest. Fortschrittliche Heizkörper erforscht. Sehr gut. Machen wir mal ein paar Sicherheitsverbesserungen für die Profile. Also für die Profilfabrik. Könnt ihr bitte mal hier aufräumen. Das wäre super. Dann können wir nämlich nochmal eine Abgas... Dinger bauen. Ohne Gießer frei. Das werden wir schon mal... Werden wir auf jeden Fall benötigen. Lüftungsanlage. Das hat sich an diesem Ort nicht möglich. Ja, wegen dem, ne? Ist jetzt auch gerade nicht so wild. Äh, wir brauchen aber nochmal den... Wir bauen nochmal den... Einen Mauerbohrer. Wo können wir den zweiten bauen? Hier. Wir brauchen aber auf jeden Fall noch mehr Dampfkerne demnächst. Ich meine, ein paar kriegen wir zurück, wenn wir die Sachen bauen. Aber auf der anderen Seite brauchen wir einen für die Fabrik. Und dann brauchen wir einen für jeden Automaton, den wir bauen. Gießerei. Hier, Materialkosten von Stahlgemisch minus 20 und Produktionszahl minus 50. Das sollten wir jetzt schon mal vorbereiten, damit wir das gleich Problemlos durchziehen können. Leichte Frostbollen. Ein Bewohner ist schwer erkrankt. Okay, wir haben nicht genug. So, wir rüsten ein paar Mal auf, aber das schaffen nicht alle. Langestunden der Arbeit. Nein. Es gibt keinen Urlaub. Innovationsprozess erforscht. Und dann machen wir hier noch die Sicherheitsverbesserung. So, zweiter Sturm. Das sollte kein Thema sein. Einfach mal minus 70 Grad. Und ich bin hier am Schwitzen. Wobei es geht. Aber es ist auch nicht gerade kühl. Und morgen soll, glaube ich, 29 Grad werden. Sicherheitsverbesserung. Ja, fast. Jetzt. Was machen wir mal als nächstes? Wir brauchen vielleicht mal drei... Brauchen wir drei Päuser? Wir müssen gleich mal gucken, was die neue Gefahr sein wird. Häuser-Wärmedämmung wäre vielleicht ganz gut. Aber abgesehen von den Blizzards ist es ja total okay. Das heißt, wir machen vielleicht doch mal das Treibhaus. Ein stolzer Mann. Einer unserer Männer besteht darauf, auf der Straße zu leben. Wir haben ihn hergebracht. Vielleicht können sie ihn zur Vernunft bringen. Alles, was ich hier hatte, habe ich mit meinen eigenen Händen aberarbeitet. Ich werde verdammt sein, wenn ich ein Zimmer beziehe, ohne dafür bezahlen zu können. Da ich meine Hand verloren habe, kann ich nicht arbeiten. Erinnert sich zum Gehen, zögert dann aber und seufzt. In London gab es Heime für Leute wie mich. Okay, es ist ihm zu blöd, die ganze Zeit Platz in der Dings, in dem Krankenhaus zu belegen. Also waren wir im Pflegeheim. Ich wollte nicht ranzoomen. Neues Gesetz wurde eingehalten. So, Treibhaus, industrielles Treibhaus. Ich bin gespannt, was wir gleich als Gefahr bekommen. Ja, okay, jetzt werden natürlich viele Leute krank. Walfängerhütte. Türkische Kälte. Menschen klagen bereits nach kurzer Zeit im niedrigen Kälte. Wir müssen körperliches Unwohlsein. Vorsicht vor der Kälte. Das Krankheitsrisiko ist stark gestiegen. Uff. Wir haben Leute. Ja. Wir sollten, glaube ich, tendenziell die Häuser früher upgraden als später. Einfach, um das Risiko zu minimieren. Speisehaushelfer. Eine Gruppe von Amputierten möchte sie sehen. Sie wollen im Speisehaus helfen. Wir wollen nicht den ganzen Tag auf unseren Händen sitzen und damit zu viel sein, dass man uns am Leben hält. Wir können keine harte Arbeit mehr verrichten, aber mit ein paar einfachen Prothesen aus Holz könnten wir im Speisehaus arbeiten und unseren Lebensunterhalt verdienen. Wir brauchen 100 Holz, aber die Speisehauseffizienz erhöht sich um 40%. Das ist ein dauerhafter Bonus. Von daher. Im Prinzip wie eine Forschung, die keine Zeit braucht. So, wir können auch eine Lüftungsanlage... Aber wir brauchen Dampfkerne. Shit. Wir brauchen Dampfkerne. Aber da finden wir Dampfkerne. Äh, bringt sie direkt mal zurück. Vom Krankenstand her kommen wir gut hinterher. Wird's in neue Häuser nur mit Photovoltaikanlage. Das wird aber bei der Kälte ein bisschen schwierig. Wenn du Eis, wenn du den Schnee nutzen könntest. Die Prothesen. Wir haben 18 amputiert. Äh, also das könnte langsam mal ganz nützlich sein, eine Fabrik zu bauen. Forschungsfeldlager. Ähm, Lüftungsanlage. Ähm, Lüftungsanlage. Ich hab da schon Siedler integriert, dass man Bau von Nutzhäusern und Nutzlosian braucht wegen den Solaranlagen. Man schweift wirklich mit S wie Silizium. Deshalb braucht man das zum Bau neuer Häuser. Das, wenn man das wenigstens Reiden modden könnte. Aber leider werden ja nur Holz, Stein und Gold als Baumaterial den unterstützt. Wunderfelsen. Wunderfelsen. So. Treibhausauswahl. Das bringt uns nichts. Angetriebene Speerschlitten. Eine Danksagung. Ja, aber diese Einrichtungen müssen übrigens nicht, ähm, besetzt werden. So, wir brauchen eine Fabrik. Wieso ist denn das nicht besetzt, verdammt? Wieso habt ihr denn nicht gesagt, dass die, dass die Straße nicht korrekt ist? Giftkonzentration wird morgen sinken. Okay, es ist super gefährlich gerade. So, wir brauchen auf jeden Fall mehr von den Mobilen. Überlebende. Eskortiert sie zur Stadt. Was hast du verpasst? Ähm, die Pinkfront, äh, hat sich gerade mal beruhigt, glaube ich. Aber vielleicht lag es auch nur an deiner Abwesenheit. Äh, warte, wir haben ja türkische Kälte aktiv. Ich sollte vielleicht überall heizen, wo es möglich ist. Rationalisierte Prothesen. Ja, bitte. Stahl weniger pro Prothese. Das wird sich, äh, gut läppern. We've got work to do. Was haben wir hier? Eisboot und Lichterhöhle. Ich nehm erst zum Eisboot. Was haben wir hier? Lange Stunden der Arbeit. Nein! Leute, wir verrecken hier. Optimierte Prothesen werden schneller hergestellt. Ja, kann man mal mitnehmen. Hier wird es jetzt gerade halt relativ einfach. Also hier passiert uns nichts mehr, würde ich sagen. Also nichts Schlimmes. Hat der Wink von sich für eine, äh, 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 für eine Verurteilung entschieden. Äh, wir müssen mal ein bisschen aufräumen, was, äh, was, was, ähm, ne? Was die Arbeiter angeht. Wobei, jetzt kommen ja ein paar. Wobei, nee, das waren, das waren Ingenieure. Warte. Wo kann ich Ingenieure noch einsetzen, wo, wo sonst Arbeiter sind? Wie sieht's im Wirtshaus aus? So. Mit den, mit den, hier mit den Jägern, ich weiß, dass es da diesen Exploit gibt, aber ich bin halt überhaupt kein Fan davon. Manchmal frage ich mich, welchen Sinn unsere Mühungen haben. Keine Sorge, bald habt ihr jetzt ein deutliches Stück Wärme. Ähm, Kindermine und dann geht ihr zur gelben Flagge, bitte. So, optimierte Prothesen. Speerschlitten, bitte. Aber wir können schon mal die Fabrik irgendwo bauen. Vielleicht hier hinten, wo auch der Stahl hergestellt wird. Ich denke, das passt ganz gut. Verschüttete Dreadnought. Nein. Ah, ah, keine Relikte. Nicht so ein Blödsinn. Die Lichterhöhle, das dürften Überlebende sein. So, was ist hier los? Stimme des rebellischen Volkes. Verpinkisierung deines Namens. Oh, Creative hat auf den gelben Namen geschaltet. Oh, wow, wow. Moment, jetzt ist... Das ist nervig, wenn man bei OBS mit dem Chat wieder runterscrollt, aber es dann nicht richtig zählt. So, Automatone können wir noch... Können wir schon bauen? Äh, bringt uns aber noch nichts. So, optimierter Schutz. Stützrahmen. So, das ist... Stützrahmen. Ein weiterer Koloss. Ja, nein. Möchte ich nicht. Lichterhöhle. Warte, was ist das für eine Riesentruppe? 69 Arbeiter, 23 Ingenieure, 18 Kinder. Wow. Okay, baut mehr Kinderheime bitte. Und mehr Häuser allgemein. Ähm, dann bauen wir nämlich einen großen Wachposten. Eine Wachstation. So. Da kann er später ein Steam Hub hin und gut ist. Ohne Mine. Genau, hier sind die Minenkinder. Anscheinend reichen die Minenschächte bis tief unter dem Permafrostboden, geben dutzenden Kindern und ein paar alten und gebrechlichen Menschen Unterschlupf. Die Maschinen der Mine sind schon lange kaputt. Die Rohde wird nun von den Kindern abgebaut, die aufgrund ihrer schmalen Struktur leicht durch die Tunnel gelangen. Die Kinder sind stolz, dass sie alleine zurechtkommen und lehnen unsere Aufforderung ab, die Mine zu verlassen. Sie haben uns ein wenig Kohle als Gäste ihres guten Willens gegeben. Sie sind erpicht darauf, mehr mit uns zu handeln im Austausch für die Verbesserung ihrer Lebensbedingungen und den Ausbau ihrer Siedlung. Wir werden sie unterstützen. So, du. Genau, dann gehst du nämlich zur gelben Flange, weil da dürften auch noch mehr Überlebende sein. Bitte nur pinke Kinderhallen. Wahrscheinlich versuche ich es seit vielen Ziemens immer wieder in der Plätze. Aber stehe Bescheid daran, also sowas würde ich im First Try schaffen. Was? So, die Gießerei müssten wir in unserem Mal bauen. Aber wir haben keine, keine Dampfkerne gerade. Wir haben sechs Stahlgemische. Nein, Leute. Hört auf, nach Urlaub zu fragen. Okay, die Stützbalken werden von sich aus fertig. Ähm, wir verlegen aber mal die, ähm, die Werkstätten. Okay. Das Ding ist, wenn die Stadt einmal fertig ist, haben wir eh das Problem, dass, ähm, so, dann brauchen wir, finde ich, den Generator auch nicht mehr. Schiffsracklager. Urlaub, äh, kann man auch nur, wenn man Arbeit muss, wie die Pink muss ich haben. Urlaub verdienen nur Angehörige der Oberschicht in diesen Pink. Ja, weil es Kraft aller haben wird gleichermaßen, wie sich um unser aller Überleben zu sichern. Weiterer Koloss. Ja, lasst mich mit den, mit den, mit den, dass man die Quest nicht abschalten kann. Oder dass sie wenigstens irgendwas bringt. Also, abgesehen von, äh, ja, fühl dich gut. So, wir gehen mal auf, äh, maximale Forschung jetzt. Sie haben eh zu viele, ähm, von den, ähm, Ingenieuren. Rohstoffe. Wir können die Kohleabbau optimieren. Wir können die Dampftauscher. Das bringt uns halt eigentlich nicht mehr so viel, würde ich behaupten. Optimierung des Kohleabbaus, auf die Gefahr, da wir sowieso im Moment, unser Problem ist halt im Moment, dass wir keine, ähm, Dampfkerne mehr haben. So. Weg damit, weg damit. Also, Abreißen von Straßen geht ja zum Glück sofort. So, die Gießerei. so nach dem Kern kommt, glaube ich, nichts mehr, ne? Wer friert? Und wo? Ach so, weil wir nicht genug, wir haben doch nicht genug Häuser, weil wir gerade so viele Leute dazu gekriegt haben. 1, 2, 3. Und Ordnung. Viel Manufaktor, okay, passt da hin, aber wir brauchen auf jeden Fall Dampfkerne. Riesige Kiste, oh. Oh. Vielen Dank für deinen Stream. Stream sehr gerne. Ich finde es auch gerade sehr, ich finde es auch gerade sehr lustig, weil ihr auch irgendwie, ich finde der Chat ist gerade doch sehr, ähm, sehr unterhaltsam, parallel. Ich glaube, das ist gerade echt ein Mehrwert für den Bot. Okay, es funktioniert wieder alles, wie es soll. Krankenhausprüfliste. Ja, ich glaube, es wäre ganz gut, wenn die Krankenhäuser ein bisschen schneller wären noch, zusätzlich. Was hast du? Lange Stunden da. Langsam wird's, aber, ich meine gut, ich ticke es jedes Mal weg, aber trotzdem. Wärmedämmung im Gesundheitssystem. Wäre vielleicht ganz gut, wenn gerade unsere Schwächsten nicht so der Kälte ausgesetzt wären. Verlorener Automaton. War da nicht das, was, wenn man den abreißt, dass man sogar zwei Kerne rauskriegt, statt wenn man den direkt rüberschickt und den rüberschicken wird ja jetzt erstmal eh nichts bringen, weil wir keinen, äh, keinen Generator haben. Warte, wir haben zu wenig Nahrung. Nahrungsmittel, wir machen Hütte für fliegende Jäger. und dann machen wir auch noch, äh, ein Speisehaus dazu. Dampfkerne! Juhu, zwei Stück. Einsames Licht. Nee, ihr kommt zurück nach Bielefeld. Wir brauchen den Dampfkern jetzt. Ja, das ist irgendwo vorzüglich die Glaubensfahrt. Die Schreine sind wenigstens weniger nervig als diese Wachtürme, die stelle ich mit den Duscher ins Zimmer. Ja, die haben halt schon beide was. Ich hätte, also ich hatte jetzt auch Schwierigkeiten, mich zu entscheiden. Ich kann in diesem Team so viele potenzielle Schwefe im Hinfall schalten, nur um Lichter zu bringen, die Leichen noch zu verwenden. Hat sie das wenigstens was gebracht. Ähm, bisher haben wir nur eine Leiche. Ich glaube nicht, was mit den überschüssigen Materialien passiert für die, ähm, für die, für die Generatorsachen. Wenn der Generator fertig ist, ob die umgewandelt werden oder ob man irgendwas noch mit denen machen darf. Dämmung im, dem, ja. Ich glaube, langsam brauchen wir vielleicht doch nochmal diese Kohleförderer-Dinger da. Wie, boah, die ist das hier gerade lang. Wie viele, wie viele, ohne Hungersnot. Alle Hungersnot versorgen und 197 Nahrung soll eingesammelt werden. Das sollte jetzt aber wirklich drin sein. Ähm, wir machen mal gerade die, den, äh, Kohlegenerator. Einfach nur, dass wir ihn als Backup haben. so, ihr kommt gerade zurück. Kohlegenerator erforscht. Wir können auch noch keine Automatons upgraden, wo gemerkt wird, also wir können die auch noch nicht mal die Forschung vorbereiten. einsames Licht. Das dauert fast drei, nee, das schaffen wir nicht mehr. Rohstoffe. Nee, wir brauchen einen Generator. Hier, Gießerei. Dampfkerne. Dampfkerne. Rohstoffe mitnehmen. 21 Stunden. 21 Stunden. Sollte machbar sein. Was brauchen wir? Ein weiterer Koloss. Boah, guckt euch das an. Das geht komplett hier gerade vom Screen. So, wie viele brauchen wir für den, für den Kern? Stahlgemische. 25. Wir haben schon sechs. Vorarbeiter, schützendes. Dampfkohle-Generator. Ja. Und dann sollten wir doch die Gathering-Posts mal verbessern. Drohende Hungersnot. Jetzt müssen das eigentlich nur noch alle essen. Lange der Stunde der Arbeit. Nein, jetzt nicht. Haben wir die, das fortschrittliche Stahlwerk schon? Nein, das sollten wir vielleicht mal gerade ändern. Okay, wir haben, was wir benötigen. Überladung. Okay, wir können das in einem Tag fertig haben. voll okay. Ich bin gespannt, wie das ja mit den Upgrades funktioniert, weil in Last Autumn konnte man ja noch upgraden. Aber davon hat man selber ja nicht mehr profitiert. Das war ja nochmal das optionale Ziel. Gute Nacht dir, Oskar. Dank fürs dabei sein. Vielleicht frage ich die Bürger, ob wir im Chat Namen gegeben haben. haben noch Leben. Kann ich irgendwo die komplette Liste meiner Bürger sehen? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob man die irgendwo alle sehen kann. Aber es dürfte eigentlich nur einer gestorben sein. Aber ich weiß halt nicht, wo die Leute jetzt alle sind. Gute Nacht, Burschi. Sturm am Horizont. Ja, ist okay. Jetzt kommen wir jetzt eh alle nach Hause. Wir machen den Vorarbeiter. Ortschrittliches Stahlwerk erforscht. Rationalisierung des Kohleabbaus. So, ich benötige gerade den Stahl nicht so dringend. Die Ruhigen wurden versorgt. Wir haben Vorräte angelegt. Unsere Leute sind happy und fühlen sich ganz toll. So, Rohstoffdepotaufwertung. Das ist auf jeden Fall gut, weil unsere Rohstoffdepots platzen aus allen Nähten. Bitte ehre die pinke Reproduktion in deinem Namen. Hä? Meinen Namen sieht man im Chat doch nicht, wenn ich nicht schreibe. So, neu entwickelte Vorlagen. Bringt mir das jetzt überhaupt noch was? Sammelstellen Wärmedämmung. Aber es war jetzt doch relativ einfach. Also, Hardmode kann ich noch irgendwo verstehen, aber ich finde das extrem finde ich halt einfach nicht schön. Warte. So, so. Ich höre übrigens die Chins randalieren. Aber wenn ich jetzt rübergehe, gucken sie mich gar nicht wahrscheinlich wieder so an, so nach dem Motto ja, was ist? Lange Stunden der Arbeit. Zwingen sie zur Arbeit. Okay, das heißt, wir brauchen noch einmal die Thermohülle und die bestehen aus Dampftauscher. Davon haben wir gerade genug, aber wir brauchen noch ein paar mehr. Also zum Beschleunigen dann. Und Stahlgemische benötigen wir dann insgesamt nochmal 20. Das können wir ja schon mal vorbereiten. Durch die Verschleunigung des Generatorkerns konnten wir die gesamte Konstruktion dicht versiegeln. Keine giftigen Gase mehr. Juhu! Und wir kriegen sogar die Dampfkerne zurück. Stimmt, da waren ja Dampfkerne drin. Effizientes sammeln. Was sich gerade feststellt, sonst wird Kohle wird ein bisschen knapp. So, wir benötigen jetzt nicht mehr unmittelbar Holz. Das heißt, ihr könnt sowieso weg. Ähm, wie viel Kohle kommt rein? Okay, jetzt haben wir gerade aber den Kohleverbrauch doch deutlich behoben. Also wir schaffen das mit dem Achievement, dass man innerhalb von 50 Tagen den Generator hat. Das sollten wir hinkriegen. Sind jetzt in den letzten Zügen. Okay, Kochhausinsolierung ist jetzt leider nicht mehr gegeben. Das heißt, wir können jetzt gerade nicht kochen. Okay. Du hast 16 Zuschauer bei einem Nichtsiedler 4-Stremen. Das ist, äh, schon mal krass. Moment, was kann ich nicht? Wie kannst du so schnell lesen? Ähm, ich konnte das schon immer. Also wenn du mein allgemeines Lesetempo meinst. So, Bautrupps können wir auch noch, äh, hinstellen. Weil genug Arbeiter haben wir ja. Nahrungsknappheit. Sämtliche Quellen für rohe Nahrungsmittel werden weniger produzieren. Oh, Leute. Ja, wir machen einmal ein Treibhaus. Und dann upgraden wir noch die, die Jagdhäuser. Ähm, wo brauchen wir noch, ähm, okay, die benötigen wir nicht mehr. Wir benötigen auch keine Dampftauscher mehr. Weil einer pro Ding genügt. Heizkörper an. Vorarbeiter. Schützendes Gebäude. Schützendes Gebäude. So, und die Gießerei benötigen wir jetzt auch nicht mehr. Und dann kann nämlich das alles, äh, voll durcharbeiten. so, und dann von 30 auf 45 Rohnahrung. Das sollte okay sein. Unsere Einwohner sind erschöpft, Leute. Hört auf zu nerven. Nicht, so lange der Dings nicht fertig ist. Es ist auf 9 runter von 30. Also wir haben 70% weniger Nahrung. Das ist, äh, nicht gut. Handelsdepot bauen. So, wir können jetzt mit allen kommunizieren, ne? Aber wieso kann ich nicht kommunizieren? Hä? Ach, baue die Administration. Okay. Ja, komm, die darf dann sogar an den, äh, an den Kern. So, wir können uns gegenseitig jetzt helfen. Die, äh, hier, die Quellen. Wir tauschen können, wir können Rohstoffe gegen Nahrung tauschen. Und wir können ihnen helfen, einfache Behausungen zu bauen. Wir haben nicht die Bewohner, um ihnen gerade zu helfen mit dem, mit dem anderen Ding. Aber wir finden bestimmt gleich noch ein paar Überlebende. Runder Felsen. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Dampfkerne. Ich beuge mich in der Erforderung, werde nie wieder in diesem Chat partizifieren. Du hast gerade ein Video verloren. Was? Das sowieso auf der Tüte da draußen auf YouTube noch heute der PAF anwesend Mitglied in der Pinken-Fraktion und liest euren Zusammenhalt durch überzeugende Pink zu sein. Oh, jetzt, jetzt, das sind ja, das sind ja Bürgerkriegsartige Zustände an. Der Hande Streit. So, wir wurden gebeten, im Streit zwischen zwei Siedlungen zu vermitteln. Späher der Kindermine haben einen zurücklassenden Schlepper mit einem intakten Dampfkernkanon gefunden. Die Einwohner vom Schiffsracklager behaupten, dass er ihnen gehört, da sie ihn kurz vor den letzten Sturm gefunden hätten und die Waren nicht rechtzeitig bergen können. Wir legen das bei. Leute, gebt ihnen den Kids. Schiffsracklager mag uns aber auch noch. Wir können Rohstoffe gegen Holz und Stahl tauschen, aber das kostet uns, wir können ihnen Ingenieure geben. Was können wir den Kindern geben? Wir können zumindest schon mal ihre Unterkünfte reparieren. Meine Treue zu Item, jetzt kannst du dich nicht verhindern. Leute! Arbeit, Tag und Nacht. Och, Leute. So viele Lufas schichten mache ich gar nicht. Ich mache nur die normalen. Und ihr seid fast fertig mit dem Generator. Also von daher chillt mal eure Base. Mechanisierung des Krankenhauses wäre schon mal gut, dass wir mit weniger Leuten klarkommen. Bühler am Bergeingang. Das dürften Überlebende sein. was schreibt, soll ein Timeout bekommen? Ähm, nein. Für den Bruch welcher Regel? So, der Generator ist fertig und ich kriege zwei Achievements, zwei Achievements, die ihr nicht seht. Wir haben es geschafft. All Wiedigkeiten zum Trotz, konnten wir den Generator fertigstellen. Und nicht nur das, nein, wir konnten ihn auch genau nach Vorschrift und Spezifikation bauen. Den Generator ist im perfekten Zustand, kann bestattet werden. Jetzt haben wir eine Chance, die bevorstehende Winterapokalypse zu überstehen. Okay, kein, es gibt keine Upgrades mehr. So, und jetzt gibt es die ganzen normalen, äh, Upgrades vom, vom, äh, Generator. Machen wir unbedingt das Dampfzentrum, Leute. Weil ab Tag 50 wird das Wetter schlechter. So, ja, ihr, ihr dürft jetzt von mir aus die Füße hochlegen. Und wir bauen sogar noch die, die geile Mine. Die geile, die fortschrittliche Kohlemine. Mit den restlichen Stahlkernen, die, äh, Dampfkernen, ich will mal Stahlkerne sagen, aber Dampfkerne. So rum. Verschneiter Dreadnought. Buschi hat, hat, hat den Schilder auszusehen Panda Jaguar geschrieben, wo die zweite Regel gebrochen wurde. Halte ich für ein Gerücht. Weiterer Koloss, lasst mich mit den scheiß Dreadnoughts in Ruhe. Dampfzentrum, Reichweite. Jo, wir sollten vielleicht direkt mit den, mit den T2, ähm, Dingern planen. Resttime. Work is done for the day. So, die Gießerei kann weg, die Maschinenwerkstatt kann weg und die Mobilmanufaktur kann weg. Und dann kriegen wir nämlich direkt wieder drei wundervolle Dampfkerne für Automaten. Creative Almond steht nur unter Gehirnbestell der Bodenfraktion. Ich will nicht aufgeben. Ich weiß, dass es seit mir dann ein pinkes Herz steht. Nee, next ride. Wer unterhält hier eigentlich gerade wen? Ernst gemeinte Frage. Was haben wir hier? Eisnadeln. Vergrabenes Dorf. So, und Dampfzentrum Effizienz. So, jetzt müssen wir gucken, was das, äh, was das, äh, was wir mit dem Dampfzentrum alles, ähm, alles bedecken können. So, die brauchen das theoretisch nicht. Ganz ehrlich, wir sind jetzt so spät dran, wir, wir kriegen eh die Kohle jetzt nachgeschmissen. Und jetzt bauen wir die Stadt so, wie sie normalerweise aussieht. Oh, fuck, ich hab das Versprechen gebrochen. Überlebende, eskortiert sie zur Stadt. So, wir haben zwei Automaten, wenn die jemand, äh, benennen möchte. Wir haben das hier und wir haben das hier. Alter Unterschlupf, das klingt nach Überlebenden. So, wir brauchen keine Frostituierten. Aber wir kommen eigentlich ziemlich gut klar. So, den ganzen Platz kann man aber auch, glaube ich, gar nicht verbrauchen, den wir hier, äh, den wir hier haben. Also, weil ich, weil wir sind, glaube ich, auf 700 Bewohner, glaube ich, maximal beschränkt. Konstrukteursmonument. Ähm, was haben wir hier? Hallo? Wieso kann ich gerade nichts anklicken? Nee, was? Das sind die, äh, dachte, das sind die Stockpiles, ne? Komm, ich habe das noch nie gesehen, das, äh, Monument. Ist doch total ineffizient, das so nah am Dings zu bauen. Wer soll mit dem Just Chatting Stream und was sollen wir da machen? Also, worüber sollen wir da reden? Super, und jetzt ist hier Schnee. Äh. Jetzt ist hier Schnee und wir sehen nicht, was mit dem, mit dem Monument ist. Grundlagenforschung. Ja, bitte. Der wird sich auch gleich einen der Automatons schnappen. Ritziges Eis. So, Generator Reichweite, dass wir zumindest soweit noch kommen. Also, da mitreden, weil ich ja nicht aus Spielkonzenten nicht sehen muss. Chinchilla-Content, aber, ja, aber ich kann, würde nicht mit meinem Handy streamen wollen. Oh, jetzt haben wir gerade schön viele Leute dazu bekommen. Das heißt, wir brauchen auch jetzt wieder die, die Häuser. Die guten. Zerstörtes Lagerhaus. Verlorener Dampfkern. Wir wurden gebeten im Schrei zwischen zwei Stiedlungen. Sie behaupten, die Serien nochmal zu kennen, aber wozu würden sie einen Dampfkern brauchen? Gebt ihn Hot Springs. Aber wir können ja jetzt auch nochmal, ja, wir können nochmal ein bisschen mehr helfen, ne? Helfende Hände. Verfügbarkeit von Nahrung erhöhen. Und nochmal helfende Hände. Helfende Hände. Ich denke, dass deine Korra die Chinchilla sehr gut leiden könnte. Ich glaube, sie hätte eher Schiss vor den Kleinen. Ja, also, wir sehen auch manchmal, wenn man sieht, was ich alles Hund nennen darf, das sehen wir auch manchmal die Chinchillas, die bellen einmal und dann ist gut. Gebt ihn ein Automaton. So, jetzt ist die Siedlungsentwicklung wieder fortgeschritten. Okay, wir können nur eine begrenzte Anseite-Expedition machen. Komm, hat Angst vor Wind, also, ja. Okay, wir können wieder normal Nahrung produzieren. So, wie sieht's aus? Wir haben langsam wenig Holz übrig. So, ihr müsst nicht dauerhaft durchlaufen. So, wir gehen mal mit dem Generator auf Stufe 3 und dann sollte das okay sein. Kohle. Okay, wir müssen Kohle noch ein bisschen pushen. Ich meine, wir können das Archiv mal bauen, aber wobei, ne, dürfen wir noch gar nicht. Sollen wir gleich ein paar Zielobjekte mal bauen? Okay, Überlebende, exkortiert sie bitte. Rationalisierte Automatone, ja. Also, passieren wir sich ausschließlich Chinchela in letzter Zeit sehr oft falsch geschickt, ohne dass du's gemerkt hast. Wir besorgen später einen Dampfkern, keine Sorge. So, Kohle ist gerade noch ein bisschen, wobei, wir müssen nicht auf Stufe 2 ballern. Wir können die Kohle bald auf maximaler Effizienz betreiben mit den Automatons. Dann arbeiten die nämlich rund um die Uhr. Nur pinke Ziehobjekte werden geduldet. Das wird schwer in der Eiswüste. Ziehobjekte können ich einfach wie wir aus Siedler gelernt haben. Deshalb habe ich meiner witzigen Wohnung überall welche platziert. Und außerhalb meiner Wohnung stärker machen. Gute Frage. Lampfkern, genau. Umso Riener steigt leicht an. Aber das ist okay. Ich glaube, wenn wir das nächste Mal Frostpunk spielen, wobei wenn zu viel Zeit dazwischen vergeht, werde ich wahrscheinlich schon wieder alles vergessen haben. Großer Erfolg! Automatone können jetzt in medizinischen Einrichtungen Einrichtungen eingesetzt werden und die Kosten sinken um 5% dadurch jetzt eine Forschung praktisch kostenlos bekommen. So, hier und hier und benötigen haben wir hier da habe ich jetzt hier einen Dings gebaut. Okay, der betrifft beides. Speer sind beim Eismaul angekommen. Ähm, ja, Boiler-Reparatur. Boiler ist eigentlich das Einzige, was uns wirklich bottleneckt gerade. Und selbst davon haben wir eigentlich genug. Lass mich doch mit den Kolossen in Ruhe. Das tut mir auch in der Seele, wer das alles voll ist, to be honest. Aber ich will eigentlich die großen Forschungsdinger haben. So, für die dritte Kohlemine brauchen wir dann noch einen Automaton später. Der Rest muss nicht durcharbeiten, to be honest. Wir sind die Zeit an schon an so einem Punkt. Uns passiert nichts mehr. Ne, ihr müsst jetzt schon zurück. Eh. Okay, wir können gerade nichts mehr losschicken, weil sie es nicht mehr bis zum Dings schaffen würden. So, Wärmestufe drei. Gebt uns mal bitte die großen Rohstofflager. So weit ist alles gut? Ja. Aber in der Kohlemine müssen wir dann nicht heizen. So, große Rohstofflager. Ja. eine Dankssagung. Ingenieur Ingenieur müsste sie sehen. Er hat einen Brief von seinem Team für sie. Meine Arbeiter wollen er sich ihnen das überbringen. Es sind einfache Leute, so hieß es sich wie schlechte Poesie, aber der tiefere Sinn ist, sie wollen sich bedanken. Der Anblick dieses Automatons, der unmenschlichen Kältearbeit, in der sie vorher geschuftet und glätten haben, ist etwas, was für das sich zu leben lohnt. Wow. Maschinensklaverei ist so motivierend. Okay, jetzt hat sich wahrscheinlich jemand verletzt. Schwerer Unfall. Nein, wir verlangsamen nicht die Automatone. Seid ihr high? Hier, habt ein paar Prothesen. Maschinensklaverei created, da wir die ganzen Automatone bauen. Automatone benennen und ja, aber wie soll ich ihn nennen? Soll ich ihn nach dir benennen? habe ich bei Automatone benennen nicht eingegeben, dass man eine Nachricht schreiben muss? So. Aber ich frage mich gerade, gibt es wirklich keine Möglichkeit, dass meine List alle seiner Leute sieht? Ich würde gerne mal wissen, wo unsere Leute sind, die ich benannt habe. wir können jetzt auch lange suchen, wir haben über fast 500 Leute. Ah, ja, hallo! Wer erinnert sich nicht? nicht? jetzt haben wir 80 Grad Die Funktion muss nochmal rein. Ja, kommt drauf an, wenn ich... Ob wir nochmal Frostbunch streamen. Theodora ist da. Den hatten wir doch auch benannt. Und Korra 1. Korra 1 lebt auf jeden Fall noch. Spinny ist auch noch da. Der stammt aus der Wortsuche von Sans. Okay. 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 Und ab jetzt verändert sich das Wetter. Es sitzt ein Automaton. Ja, es macht keinen Unterschied. So, zusätzliche Speer. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Dann können wir ja doch nochmal gucken, ob wir die... Ne? Ob wir die... Dinger finden, die Sachen... Sag schon, die... Hier, die Artefakte, mit denen uns das Spiel in den Ohren liegt. Okay, sind noch keine Lieferungen möglich gerade. Zusätzliche Speer erforscht. Generatorleistung. Aber als ob es dann diese Upgrades nicht mehr gibt, die man im Bauermodus hatte, weil... Die wurden ja im Last Autumn extra gezeigt. Aber es wurde mal nicht auch gesagt, was sie bringen sollen. Aber man hat halt selber nicht mehr von ihnen profitiert, wenn man dann gegangen ist. Finde ich ein bisschen leer, ist man im Baumeister-Modus, wenn man den Generator schon selber neu bauen muss. Nicht auch die Chance hat, dafür einen besseren Generator langfristig zu kriegen. Ich meine, klar, das Spiel ist einfach genug, wenn man weiß, was man macht. Zumindest, wenn man nicht gerade auf Extreme spielt. So. So. Und noch mal. Wo ist die Beacon hin? Hier. Wertef. Ja, wonach soll ich deinen benennen? Nenne einen Leon. Okay. Eppi. Starke Winde. Bewegungsgeschwindigkeit von Sperren und Transparen. Das sind 50% produziert. Und natürlich jetzt, wo ich genau mit diesen Dingen arbeiten möchte. Ist klar. Pumpenanlage. So. Dann haben wir hier Gesundheitswesen, Kohle-Lieferung. Und dann haben wir da... Okay. Bringt uns nichts mehr. Wir brauchen mehr von den Kernen. Jetzt wird das Gameplay sehr positiv beeinflussen. Ihre Leute verlangen eine Sonderheitsanbaufläche, um ihre eigene Nahrung anzubauen. Aufteilung vorzunehmen. Kann natürlich sind, würde unsere Gesellschaft auch in der Sicht nicht gut tun. Können Sie im Namen der Harmonie und Einheit bitte überwunden vorbeibringen? Ihr habt recht. Ja. Hot Springs wird erfolgt sein. Der Sturm hat viele Gebäude beschädigt. Die Kinderfrierung werden, wobei sie krank werden. Schiffsracklager aber ist loyal. Sondern das sind sie gerade aber nicht. Katastrophenhilfe. 250 Holz. Ja, bitte. Wir können das Problem schnell lösen und die Lichtfrierung schnell wieder aufnehmen. Generatorleistung. Und dann fangen wir mal an mit Generatoreffizienz. Wir haben jetzt schon einen Kohleüberschuss. Dank der Automatons, die durcharbeiten. Ich habe in diesem Stream so unglaublich viel Nutzendosium verloren. Das ist unglaublich. Und dabei hast du noch ein 40% höheres Nutzendosium-Einkommen im Moment. Das solltest du wohl noch nutzen, solange du es hast. So, und der ist auch gleich da. Mehr Dampfkerne. Was soll ich jetzt noch mit Bauprofilen? Spiel! Was soll ich jetzt mit dem Scheiß? Ich kann nichts mehr damit machen. Essensvorräte, Korposkur, Strafgeröcken, schelfende Hände. Gut, neue Rohre brauchen natürlich wieder die Dampfkerne. Jetzt musst du gefälligst permanent streamen, wenn es nur das Intro ist. Ich frage mich, was Twitch, ob Twitch dazu Regeln hat, wenn man den Stream nur laufen lässt, damit Leute so halt passiv die Stream-Punkte abfarmen können. So, Tag 50. Also, uns passiert jetzt auch nichts. Wir sind jetzt halb... Also, es gibt ein Achievement, wenn man nach dem Bau des Generators Tag 100 erreicht. Das will ich schon bei der Gelegenheit noch haben, aber das werden wir nicht mehr im Streamen machen, denke ich. Weil das dauert jetzt einfach nur noch. Dampflaster und zuige Unterkunft. Der Dampflaster wird mit Sicherheit Dampfkerne haben. So, wir müssten mal hier... Boah, wir haben inzwischen einfach so viele Leute, dass uns auch einfach nichts mehr passiert. Überlastungskupplung, Generator links. Hoffnung ist ziemlich niedrig, darf mir, dass es uns so toll geht. 14 sind amputiert, Leute. Wann ist das denn passiert? Dann zur Unterkunft. Mit verwesenden Leichen. Achso, die sind... Warte, die erkranken, weil ich glaube, die Grube ist zu nah dran, ne? Äh, ja, da bringt man die Schneegrube irgendwo hier hinten hin. Am besten direkt hier beim Transportdepot. Das letzte Gebäude vom Typ Schneegrube darf nicht abgerissen werden. Das ist okay, das können wir gleich ändern. So, bringt... Gibt's noch irgendwas, was uns gerade was bringt? Treibhaus Wärmedämmung. Ja, stimmt, wir können das Treibhaus eigentlich jetzt, äh... So betreiben. Mit dem dritten Automaton. Ansona-Horizont. Die Beobachtungen der Signalstation haben etwas Außerordentliches gefunden. Sie haben ja... Hä? Wir wissen das doch schon längst. Ja. Wissen wir doch alles schon. Zerstörtes Fahrzeug. Siedlung entdeckt, hä? Welche Siedlung? Wir kennen doch schon alle Siedlungen, die es gibt. Ja, gestimmt, ob wir es noch schaffen, dass eine Siedlung einer anderen Siedlung hilft. Das konnten wir vorhin ja nicht machen, weil die eine Siedlung nicht loyal ist. Hm. Warte, hä? Hä? Moment. Zwischen zwei Siedlungen. Wenn wir ihnen Hotsprings geben, wird die Hotsprings erfreut und die Kindermine wird verärgert sein. Wenn wir ihnen die Kindermine geben, ist das Schiffsracklager verärgert? Hä? Hä? Ich, 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 ich verstehe es nicht. Dann kannst du Krieger machen und die anderen töten. Okay, wir sind, wir sind wieder, wir sind wieder in D-Modus. So, wir können auch hier die Eingliederung machen, aber ansonsten haben wir eigentlich schon wieder alles an Forschung. Also wir werden jetzt auch nicht mehr groß stärker und so. Wir haben alles im Überfluss. Hast du vor, noch, äh, noch, äh, was noch durchzuspielen? Wir sind ja jetzt praktisch durch, also, wie gesagt, es passiert nichts mehr. Arbeiter aus den Posten. Ja, aber wir müssen schon wieder zurück. Weil der nächste Blizzard kommt schon. Wir haben ja gerade die starken Winde. Wie lange braucht ihr einen Tag fünf Stunden? Okay, langsam auch noch mal ein weiteres Speisehaus, aber davon mal abgesehen. Riesige Kiste, ja, aber das schaffen wir unter den Bedingungen nicht mehr. Das ist nicht der Siedler-Nachfolger. Ich meine, ein Siedler, wo es darum geht, so in der Eisfüste zu überleben, wäre schon cool. Sicher erkunden und wir haben ein Überbleibsel der Vergangenheit gefunden. So, wir benötigen jetzt nichts mehr an Forschung. Ja, Sturm am Horizont ist okay. Es ist alles auf dem Rückweg. Super, die Bedrohung ist vorbei jetzt, wo der Blizzard uns fast erreicht hat. Aber Hoffnung ist also echt ein Problem. Ähm, Propaganda-Zentrum. Also langfristig haben wir da nicht wirklich eine andere Wahl, ne? Verworfene Automaton-Dinger. Und wir bauen die Archive. Propaganda-Zentrale. Sieht das nicht total einladend und freundlich aus? Vor allem, wer hat die Banner gemacht? Wer hatte die Zeit und das Material dazu? Und jetzt fällt jetzt auf, dass die Banner dann auch tatsächlich auf allen, also auf den Wachposten und so, auch drauf sind. Aber das gilt doch nicht als die Grenze überschritten. Propaganda-Bericht. Also die Grenze ist, glaube ich, erst... Ich glaube, Gefängnis ist auch noch okay. Okay, Agitator ist erlaubt, ja. Stimmt, das war das Ding, das ist die Alternative zum Schreien. Das hatte ich verdrängt, dass das nach Propaganda-Zentrum kommt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob, äh, ob, äh, Gefängnis schon die Grenze überschreitet. Auf jeden Fall Treue, Schwur und Gewalt als Überzeugungsmethode. Ähm, äh, jetzt habe ich keine Orientierung mehr, wo, wo was ist. Hier. Kohlenmine, Boiler-Reparatur und neue Rohre. Auf, dass sie uns alle mögen sollen. Die Archive sind fertig. Äh. Wir können Gärten bauen. Aber die großen Gärten brauchen einfach Dampfkerne. Das ist halt auch irgendwie maximal Kacke. Wollen wir ein paar Straßenlaternen haben? Ich meine, es ist ja nicht so, als wäre es hier super dunkel. Da liegen wir eine Schokoladentafel so und was hält dich ab? Also, ich finde eigentlich, die CEO-Objekte sollten halt schon irgendwie dann auch auf Hoffnung irgendwie was begehen. Ich meine, ja, sie sind, sie sind eigentlich nur eingefügt worden, weil die Leute sie haben wollten, aber... Genauso wie die, weil diese, diese Zeitquests mit dem, mit den, äh, Dreadnoughts, also irgendeinen Effekt müsste das haben, weil sonst ist es halt wirklich einfach sinnlos. Kann ich irgendwas machen? Nee. Nee, anders als in dem einen Szenario muss man ja keine Zwischenstationen bauen, damit, äh... Damit die Bautrupps was machen können. Ein Einwohner ist gestorben. Selbstmord eines Poeten. Einer unserer Einwohner hat Selbstmord begangen. Seiner Freizeit schrieb er Gedichte über Verlusten, Leid und Hoffnungslosigkeit. Unser Propaganda-Zentrum führte eine Kampagne gegen ihn, um unsere Einwohner vor seinem Einfluss zu schützen. Jetzt könnten die Einwohner uns für seinen Selbstmord verantwortlich machen. Das heißt, wir lassen uns aussehen, als hätte er sich zu Tode getrunken. Lass es sein. Es steht, als... Es spricht dagegen, dass du aufstehen müsstest. Die Objekte sollten einfach Kampfkraft geben. Ja, genau. Jetzt müsste man 11-Bit echt mal, äh... Erstmal, echt mal vorschlagen. So, Overdrive. No time to waste. We've got work to do. So, pass auf. Du kannst... Nee, du gehst auf volle Leistung. Jetzt können wir noch den Agitator bauen, aber es bringt uns halt jetzt auch nichts mehr. Jetzt haben wir eigentlich eh schon gewonnen. Warte, habe ich das schon gemacht, dass das schneller wieder runter geht? Ja, steigt 25% langsamer und sinkt 25% schneller. Vandalismus! Entfernt das Geschmiere. Warte, dein neues Mikrofon hat RGB. WTF, warum? Warte, dein neues Mikrofon hat RGB. Warte, dein neues Mikrofon hat RGB. Ich muss mir da noch rausziehen, was ich bin. Warte, deine neue Linke. Und du musst dir knackern, was ich bin. Und du hast du in die Linke. Ich muss dir in die Linke. Und du musst dir in die Linke. Warum? Unst hoch, beziehung neutral und vorsichtig. So, wir haben, wir können nur maximal sechs Expeditionen schicken. Pflanzenfäule, ja, ist ja okay, wir sind ja nicht drauf angewiesen. Ich will zumindest noch die Siedlungen auf, äh, loyal kriegen. Das Schiffsracklager muss loyal sein. Wieso muss immer das Schiffsracklager loyal sein? Patastrophenhilfe. Leute, benehmt euch da drüben. Sagt die Wahrheit, Leute. Wir können es verkraften. Katastrophenhilfe. Und jetzt ist das Problem wirklich, äh, einfach nur die, die Steam-Cores. So, baut das. Wir müssen, wir machen es auf Stufe, äh, auf die kleine Reichweite nur. Ähm, verschütteter Dreadnought kommen. Solange es kein, äh, keins von den, äh, von den, äh, kein Steam-Core braucht, um das Artefakt sicher zu bergen, ist alles gut. Überlebende, ja, eskortiert sie. Das ist eigentlich nicht das, was ich haben will, aber ich bin halt einfach zu nett. Die Arbeit. Rest time. Work is done for the day. Aber creative, deine Probleme hätte ich gerne, dass ich high davon werde, dass ich ein Mikrofon habe. 500 Holz, 300 Stahl und ein Dampfkern. Fuck nein. Seid ihr high? Okay, an diesem Punkt könnt ihr schön unbegrenzt die Prothesen machen. Stein-Kreis ist mit Dings. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich nicht sogar vielleicht schon am Limit bin, was die Dampfkerne angeht. Es gibt, glaube ich, auch ein Limit dafür. Aber da habe ich doch gar nicht so krass viel. Dampflaster und Dampfrack. Ja, bitte. Dampfkerne für den Dampfkerne-Bot. Äh, Bot. Für den Dampfkerne-Gott, bitte. Ich glaube, wenn ich ein Twitch-Mod-Bot habe, dann muss ich ihn Dampfkerne-Bot nennen. Und niemand wird verstehen, warum. Ich finde es übrigens ein bisschen ungeschickt, dass die verschneiten Dreadnaughts und die anderen Dreadnaughts, dass die ähnliche Namen haben. So, Boys, wenn ihr keine Dampfkerne zurückbringt, kommt ihr mir nicht nach Hause, glaube ich. Okay. 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 ehrlich, notfalls reiße ich die die Dinger ab, die Dampf, die Drills. Die brauche ich nämlich jetzt nicht mehr. Ich finde es übrigens sehr nervig, dass auf 5 Uhr immer die Geschwindigkeit geändert wird. Aber nicht bei Sachen, wo es wichtig wäre, wenn irgendwelche Events passieren. Die Kinder beklagen sich, dass eure Leute sie herablassend behandeln, so als ob sie weniger wichtig wären als Erwachsene. Seid euch bitte dessen bewusst, dass sie das Rückgrat unserer Gesellschaft bilden. Sie arbeiten hart und beschweren sich nicht. Manche von ihnen haben auf sich allein gestellt Blizzards überlebt, die ganze Exposition verschlungen haben. Sie verdienen genauso viel Respekt wie jeder von uns. Jo. Absolut. Ergeben. Oha. So, ihr kommt zurück, solange ihr noch könnt. Ihr auch. Okay, langsam müsst ihr zurückkommen. Das wird sehr, sehr knapp. Weiterer Koloss ist ehrlich gesagt egal. Ich bin mir gespannt, ob ich überhaupt noch die Chance... Also einmal dürfte ich wahrscheinlich schon noch eine Chance kriegen, dass sich die Siedlungen gegenseitig helfen. Ich hoffe nur, ich kriege es so vor, halt... Also das Schiffswracklager muss um Hilfe bitten. Die anderen sind ja alle ergeben, beziehungsweise freundlich. Wird das Ding wieder bis 2 Uhr nachts gehen oder länger? Nein. Also ich will jetzt diese eine Sache noch machen und dann ist es auch vorbei. Wie gesagt, weil wir haben alles gesehen jetzt. So, Tag 30, Tag 40. Normalerweise ist halt einfach der Punkt erreicht. Dann verlierst du halt auch nicht mehr. So, 6 Dampfkerne haben wir. Oh, das war jetzt aber sehr, sehr knapp. Kommt, Generator-Reichweite. Diese Lücke da stört mich. Oh, das war jetzt. So, Generator-Reichweite erhöht. Ich hätte nichts gegen einen spontanen 24 Stunden streamen. Hey, wenn alles gut läuft, dann stream ich ja morgen Abend nochmal. Wieso gehen hier ständig Leute raus? Das nervt. Das war jetzt. Das war jetzt. Ich weiß nicht, ob es jetzt gerade ist oder ob das während des großen Sturms im Szenario ist, wo es minus 150 Grad wird, aber ich glaube, dass der Wohltemperatur und ich glaube, da fängt Stickstoff an zu gefrieren. Und diese Temperaturen sollst du überleben. So, das sind wohl die Temperaturen außerhalb des Kraters und natürlich hier im Krater ist es ein bisschen angenehmer, plus halt dann noch wie die Straßen und sowas, alles Wärme erzeugt. Verstopfte Rohre. Wärmezonen werden um 20 Prozent verkleinert, Leute. So, jetzt schicken wir mal ein paar Sachen los. Wir werden unsere Freunde bitten, Hilfe zu schicken. Ja. Achso, ich glaube, nach jedem Sturm fragen die einmal um Hilfe, ne? Aber ich will eigentlich trotzdem, dass mich alle noch mögen am Ende. Aber ich glaube, das hat damit, das hat, wobei, das hat die Gunst und die Beziehung. Das sind irgendwie zwei Sachen, also die sind ähnlich, aber die gehören nicht zusammen. Das eine ist, glaube ich, was die einem noch bereit sind zu geben. Und das andere ist, wie sehr sie einen mögen. Und das kommt halt aber nur darauf an, was man bei diesen Entscheidungen, die man zwischendurch bekommt, was man da wählt. So, die Kinder-Mine wird helfen. I see friends holding hands. Was haben wir hier? Einer eurer Leute macht Probleme. Es gibt andere, die ihn auf kleine Weise provoziert haben, unhöfig. Er macht sich lange und stark über ihre Lebensweise lustig. Einige unserer Kinder sind nicht bei der Arbeit erschienen, nachdem sie von ihm gehört haben, dass sie überhaupt nicht arbeiten sollen. Ja, wir rufen ihn ab. Stimmt, wir kriegen ja von denen auch noch dann entsprechend im Gegenzug Sachen. So, Hot Springs. Boah, Hilfe. Also, wo soll ich denn so viele Steam-Cores herkriegen? Ich will aber auch nicht jetzt die Dinger komplett abreißen müssen. Aber wir bauen ja auch nichts mehr groß. Zerstörtes Lagerhaus. Dampftauscher. Was soll ich mit Dampftauschern, verdammt? Verlorenes Fahrzeug und Forschungsfeldlager können, glaube ich, beide die Dampfkerne haben. Das ist schon mal gut. Helfende Hände, Lagerhaus. Dampfminenverwässerung. Helfende Hände. Gemütliche Unterkunft. Wobei, okay, jetzt haben wir schon wieder zu viel. Ich glaube, die fünfte Stufe ist die fünfte Stufe neu. Eskorteier sie zur Stadt. Was soll ich jetzt noch mit Bauprofilen spielen? Und wenn wir noch mit dem Bild machen? Speer sind sicher zur Stadt zurückgekehrt. Vergrabenes Dorf, das einfach durch den Stream erschienen ist, durch den Sturm erschienen ist. Aufgetürmter Schlitten. So, ganz ehrlich, wir haben inzwischen so viel von an Arbeitern, dass wir hier den Dampfkohlegenerator jetzt auch bauen können. Aber wir machen normale Arbeitszeiten. Walfängerhütte. Walfängerhütte. Ich weiß nicht, ob es da Steamcores gibt. Walfängerhütte. 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 komisch tricksen, beziehungsweise ist halt irgendwie so timen, dass man die korrekte Menge Einwohner zur richtigen Zeit hat. so, pass auf, du kommst weg. Dampfkerne, juhu, ich hatte recht. Verschüttete Dreadnought, nein, aber das Forschungsfeldlager könntest du mitnehmen auf dem Weg nach Hause. Was hast du? Ein weiterer Koloss, ja, interessiert niemanden. 23 Stunden übrig. Wir haben einfach so einen krassen Kohleverbrauch gerade. Wir brauchen jetzt auch echt, wir brauchen keinen Stahl mehr, brauchen keinen hiervon mehr. Und das Tolle ist, unsere Automatons können sich auch aufladen an den Hubs, die aus sind. So. Schmales Tal, das schaffen wir jetzt nicht mehr, das heißt, ihr kommt heim. Da haben wir vier Dampfkerne. Wann HGLG? Wenn HGLG fertig ist. Oder zumindest vorzeigbar ist. Okay, zehn Stunden, das ist total okay. Das ist ein Gesundheitswesen. Die wollen auch einfach zwei für jedes haben. Okay, zehn Stunden, das ist total okay. Das ist ein Gesundheitswesen. Die wollen auch einfach zwei für jedes haben. Wovon sollten sie jetzt empfehlen. Wir haben sich das nicht genug Essen bekommen. Ja, sollten wir vielleicht regeln, dass die uns mögen. Okay, jetzt habe ich es, glaube ich, habe ich jetzt geglitcht. So, wir haben ganz ehrlich, wir haben keinen Bedarf mehr an, äh... Wir haben Prothesen genug. Wir haben keinen Bedarf mehr an Holz. Gebt mir die Dampfkerne zurück. Ander Jaguar weiß jetzt, wie mein Mike aussieht. Macht sich das neidisch. Du hast gerade reingeschrieben, dass das so einen Regen hat. Es hat keinen Regen und ich habe ihnen ein Bild geschickt. Ich glaube, wir können auch Krankenhäuser abreißen. Zumindest eins. Komm, verteilt noch ein bisschen Propaganda in der Kälte. Wir können auch nicht in der Kälte. Aber... ... ... ... Order people, let's march to work. Workday end, it's time for rest. So, jetzt hilft auch der Overdrive nicht mehr. Let's march to work. Jetzt finde ich halt ein bisschen nervig, dass es halt während der Blizzards kein kompletter Selbstläufer ist, aber gleichzeitig auch nicht echte Gefahr. Man kann halt auch nichts mehr machen. Auf der einen Seite ist es halt nicht mehr wirklich eine Herausforderung, aber man kann halt während der Blizzards nicht komplett AFK gehen. Das ist, finde ich, sogar nichts Halbes und nichts Ganzes. Und jetzt werden sie mir alle krank. Sämtliche Einrichtungen zur Kohle werden mit 30% Leistung erarbeiten. Hm. No time to waste. We've got work to do. Okay, das ist die Kindermine. Angepasste Werkzeuge, richtige Häuser. Der Mauerbehörer zerstört unser Leben. Er ist der, der die Wände in unserem Häuser zittern lässt. Wir finden keine Ruhe. Bauern ihn ab und baut ihn weiter weg von der Siedlung. Ja, natürlich. Okay, wir haben einfach viel zu viel Kohleverbrauch gerade. Dieses Dampfzentrum muss nicht laufen. Hm? Okay. 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 Das sind die letzten zwei. Und dann sind eigentlich alle happy. Aber irgendwie... Warum sind die Beziehungen zu allen neutral? Aber die Gunst ist hoch. Was habe ich denn getan, um das zu verdienen? Wir müssen das eine Krankenhaus wieder aufbauen. Das geht nicht anders. So, wir müssen die Klasse runterdrehen. Jetzt wollen sie noch mal drei... Echt, ist das euer Scheiß? Holz-Kohle-Mailer. Klärige Einsendung eines Bildes von einem Sprachbau der coolen Art. Was ist das für ein Emote? Was ist das für ein Emote? Rest time. Work ist fertig für den Tag. Überlebende. Überlebende. Flinny, was hast du da bitte gesehen? Wie nach einem Mic aus. Ja. Das hat nur so komisch geleuchtet. No time to waste. We've got work to do. Okay, jetzt müssen wir uns wieder um die Kranken kümmern. Richtig Zeit zum Erkunden hat man zwischen den Blizzards bei acht Tagen Abstand, finde ich auch nicht. Selbst mit dem superschnellen Besen. Äh, Besen. Mit dem superschnellen Besen. Mit dem Nimbus 2001. Ne, mit dem superschnellen Schlitten. So. Man merkt, meine Konzentration lässt nach. Okay. 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 Dampfkerne! Zwei Stück! Ja, und wir müssen eigentlich zwingend die eine Mine bauen, die uns noch fehlt, weil sonst raucht uns die Kohle ab. Ich bin sehr froh, dass du überhaupt Konzentration hast. Stimmt. So, komm, wir bauen hier mit dem nochmal zwei Dampfkerne, das heißt, du seid für die Mine und wir können nochmal einen Dampfkern losschicken. Aber wir brauchen drei Dampfkerne dafür, um das auszubauen. Aber ich finde, wir bekommen nicht mal die... Wie könnt ihr helfen? Ja, wir sind alle so happy, aber auf der anderen Seite ist eure Beziehung neutral zu mir, das verstehe ich nicht. Argwöhnisch. Also, ja, irgendwie mehr kriegen wir da jetzt auch nicht hin, habe ich das Gefühl. Ich glaube auch nicht, dass es besser wird, wenn man die, äh, wenn man jetzt noch den Holzkohle mal da baut. Industrie-Ruinen, haben wir noch so viel Zeit? Nein, haben wir nicht. Äh. Metrierend. Einige ihrer Männer sind uns gegenüber so misstrauisch, dass sie nicht mit uns zusammenarbeiten möchten. Wir verstehen ihre Bedenken, aber wir hatten gehofft, dass es zum Beispiel zu unseren Gründen entschieden wird, nachdem wir es geschafft haben, eine ehrenwerte Gemeinschaft aufzubauen. Wir scheinen von unserer Zusammenarbeit zu profitieren, begraben wir doch die Vergangenheit. Haben wir Vertrauen? Ja. Also, Gunst, ja, aber Bezieh... Hä? Ich verstehe nicht, warum die Beziehungen nicht raufgehen. Beziehungsweise gefühlt sofort wieder runtergehen. Ist das, weil wir... ... sie gegenseitig sich haben helfen lassen? Für den eingefrorenen Kohle-Vorkommens löst sich bald auf. Rohstoffe, wir brauchen die fortschrittliche Kohle-Mine. So, wir müssen mal gerade... ... den Overdrive benutzen. So, pass auf, du kannst... Ne, du bist sogar schon auf der kleinen Größe. Du auch? Wirst du überhaupt benötigt? Nein. So, die vorübergehende Bedrohung ist vorbei. Hoch mit durch. Wir brauchen die Eiszeit, wo wir eben einfach zu viel Kohle verbrennen, um es nicht nur zwei in die Luft zu pusten, damit du eine Erderwärmung erwaffst. Ja, ich würde mal sagen, das ist Schachmat-Klimaschützer, ne? Oh, ich würde mal sagen, das ist Schachmat-Klimaschützer. No time to wait. Wir haben viel Arbeit zu tun. Rest time. Also, ich habe das Gefühl, Tag 100 müssen wir jetzt schon noch zu Ende machen. Kalte Öfen. Sämtliche Stahlwerke werden 70% Leistung verlieren. Interessiert mich halt jetzt zum Glück gar nicht. Welcher Tag ist gerade? 83. Ja, so, Katastrophenhilfe. Aber das heißt nicht, dass sie uns jetzt mögen, ne? Moment, sind alle neutral. Unsere Leute haben eine verstörende Entdeckung gemacht. Als sie ihren Platz für eine Sammelstelle vorbereiteten, folgten sie einem ausgetretenen Pfad im Schnee, der sie tiefer in den gefrorenen Wald fühlte. Sie haben eine Lichtung mit etwa 20 Gräbern gefunden. Auf einem davon liegt eine Kapitänsmütze. Unsere Leute glauben, dass die Schiffscrew hier begraben wurde. Vermutlich von den Einwohnern. Lasst sie in Ruhe damit. Es tut aber auch irgendwie... Ist das verbuggt oder was ist los? Ich hab alles für die getan. Pass auf, mach mal kurz The Pole. Wobei, ne, mach ich nicht. Wenn du entscheidet, ihr noch, wie ich das nicht möchte. Aber ich glaub, hier kommt nichts mehr bei rum. Also ich werd's noch bis Tag 100 durchziehen, aber ich werd nicht bis Tag 100 streamen. Ich bin noch nicht, äh, bekloppt. Zerstörte Sternenwarte. Da müsste es Dampfkerne geben. Forschungsfeldlage und du hier. Überlebende eskortieren. Überlebende eskortieren. Gebt, gebt mir Dampfkerne. Ich frage mich, ob halt die Dampfkerne, die man für die Siedlungen braucht, ob die, ob das Limit die halt berücksichtigt. Weil wenn nicht, ja, dann dürften wir wahrscheinlich am Limit schon sein. So, aber auch einfach, ich geh da jetzt auch nur hin. Ich geh da jetzt auch einfach nur hin, weil, äh, sonst nichts mehr sinnvoll ist. Ich bin jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt nicht mehr. So, demontiert dieses Gebäude. Unser letztes Hemd geben wir für die Freunde. Nicht, dass es was bringen wird. Eskortiert sie zur Stadt. Holy shit, sind das viele. Wie viele Platz habe ich für... Weibetten 118, ja. Kommt. Bringe sie nach Bielefeld. So, alle Siedlungen sind voll ausgebaut. Und sie sind... Wieso sind sie vorsichtig? Ich habe alles gemacht. Ich habe alles gemacht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht. Also, ich habe... Das muss Buggy sein. Ist da irgendwie ein Overflow? Oder wird irgendwas nicht korrekt registriert? Das kann doch nicht sein, dass ich alles tue, was die verlangen. Ihnen alle möglichen Scheiß gebe. Und am Ende sind sie arg wöhnlich. Die werden jetzt wahrscheinlich sogar noch eher realistisch. Aber es hängt halt ein Achievement dran. Und sowas hasse ich. Sturm am Horizont. Ja, es sind ja alle auf dem Rückweg. Ist ja okay, Leute. Wer hätte es den Personenkult machen sollen. Das bringt mir ja nichts mit den Siedlungen außerhalb. Eure Leute wollen die Leiche ihres Totenfreundes nicht hergeben. Sollte kompostiert werden, weil es Pflanze im Leben zurückzukehren. So wie letztendlich auch die Leichen der anderen. Das ist die richtige Art, mit Toten umzugehen. Danach verlangen sie, dass eure Siedlung zurückkehrt. Der Verschwendung schlicht einfach eine unmoralische Handlung. Ich gebe denen alles, was sie wollen. Mögen sie mich jetzt. Ja, die mögen mich jetzt. Aber wir sehen, wie lange das so bleibt. Ich finde es übrigens toll, dass Hot Springs nicht übersetzt wurde. Aber alles andere schon. Ich würde jetzt einen großen Personenkult machen sollen, der bei mehreren Siedlungen hinausgeht. Ja, im Zweifel einfach einen Personenkult aufbauen. Also damit kann man, glaube ich, viele Probleme von dem Vorfeld ersticken, umgehen. Sucht euch es aus. So, aber ich ziehe jetzt hier einen Schlussstrich, weil das füllt jetzt auch nirgendwo mehr hin. Das ist, äh, das ist, äh, das ist, äh, das wären jetzt noch zwölf Tage. Die würden wir jetzt auch nur noch im Superspeed durchspeeden. Ich würde jetzt gar nicht vorstellen, dass das irgendwen jetzt, äh, weder, also weder im Watt noch im Chat interessiert. Die letzten 80 Tage habe ich auch nicht mitbekommen, so würde sich nichts ändern. Eben! Von daher, wie gesagt, ich danke fürs dabei sein. Das war ja doch recht rege dafür, dass es kein Siedler-Stream war. Und, keine Ahnung, ihr könnt ja mal in den Wortkommentaren verlautbaren, ob ihr nochmal Frostpunk vielleicht mal eins der Szenarios oder so von mir sehen wollt. Ich danke fürs dabei sein und wir sehen uns dann. Bis dahin.